Einen wunderschönen guten Tag. Der kleine Rekord versteckt sich unten, der versteckt sich unten. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Herzlich willkommen zum heutigen Live-Stream. Ihr ballert hier schon wieder die Saps raus. So gehört sich das. Es ist unwarm hier in dem Raum. Krass. Aber ich habe ein ganzes Dachfenster. Kannst du machen, nix. So hochziehen. So hochziehen. Das Einzige, was ich hochziehe, ist deine Nase. So, Tag. Irgendwie funktioniert das nächste Programm hier früher nicht. Das ist alles scheiße. Alles scheiße. Ich habe gestern nicht gestreamt. Warum eigentlich? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hatte vielleicht keinen Bock oder so. Oder ich war nackt. Keine Ahnung. Stell mal bitte deinen Gast vor. Das ist der gute Riccardo. Riccardo Geider. Wo? Ihr dürft ihm folgen auf Instagram unter... Nein. R. Punkt Geisler glaube ich. Keine Ahnung. Das ist doof. Ähm. Cheftrainer bei den Lerniger Roller-Wauten-Tigers. Ist das so? Nein. Head Coach. Fast. Äh. Coach of Talent-Relations. Genau. Nein. Ja. Das trifft's eher. Richtig. Ne, du bist wie die Kleinen oder was? Hm. Noch sozusagen, ja. Noch. Stell dich doch mal selbst vor. Oh Mensch, Martin. Och Mensch ins Kinders. Riccardo ist der, der beim Livestream, wo wir Royal Rumble geguckt haben, die ganze Zeit nur still und traurig daneben saß. Und ja. Das ist halt ein klassischer Riccardo. Der sitzt halt einfach da. Er ist da. Und äh. Ja. Mehr auch nicht eigentlich. So. Ich hab's verkackt. Yo. Inkorrekt. Passwort und Username. Toll. So. Ähm. Ja. Wir spielen heute dieses fantastische Spiel. Ich hab's noch nicht mal ansatzweise angezockt. Aber. Der Herr neben mir. Und der kam an und hat gesagt. Scheiße. Wieso ist das scheiße? Nein. Das hab ich nicht gesagt. Ich hab mir bloß ein bisschen mehr erhofft vor diesem Spiel. Ähm. Im Prinzip ist es eigentlich immer nur noch das gleiche Gameplay wie immer. Was ich mir mehr erhofft habe von diesem Spiel ist äh. So die Details. Ja. Wenn ich auf ein Spielzug gehe. Dass der Handel gelöst wird. An vernünftig. Dass man die Schiedsrichter richtig sieht. Das hat man alles nicht. Ähm. Was gut ist. Das äh. Gameplay. Das haben sie ein bisschen abgeändert. Äh. Die Quarterbacks. Äh. Und die Spieler haben ein bisschen mehr. Ja. Ein bisschen mehr Agile auf dem Feld. Ähm. Und die äh. Plays. Die man auswählen kann. Sind ein bisschen optimiert. Aber ansonsten. Scheiße. Ansonsten. 60 Euro für. Scheiße. Aber ich hab äh. Ich hab das bei Amazon geholt. Und ich hab glaub ich bloß 57 oder 53 bezahlt. Ja. Ich auch. 52 Euro. Warum? Weiß ich nicht warum das so ist. Nachfrage ist vielleicht nicht so groß wie bei PS4. Wie bei PS4. Okay. Keine Ahnung. Ähm. Kannst du dein Mic lauter drehen? Wie drehen das jetzt lauter? Äh. 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 Audio Verstärkung. Hier bitteschön. So. Lauter gedreht. Ähm. Was ging bei mir eigentlich die letzten Tage? Ich war irgendwie. Ich war irgendwie. Bei den Eltern von meiner Freundin. Familie fest. Grillen. Und das war's. Ist ja irgendwas lustiges passiert. Bis auf die Tatsache, dass andere und irgendwelche Kinder von der Bank gefallen sind. Und sich einen Kopf an den Tisch gekloppt haben. Und dann einmal wieder aufgestanden sind, als wäre nichts. War eigentlich nichts lustiges an dem Wochenende. Das war der Höhepunkt. Ähm. Was ist denn da los? Wo war's denn die her? Aus dem Internet. Aha. Hast du die bei SmileyDocs gekauft? Nee. Hast du den Gutschein-Code Martin10 verwendet? Das ist ja cool. Ähm. Krasses Nackentraining. Verstehe ich nicht. Achso. Für auf den Tisch knallen. Ähm. So. Diesmal keinen auf DJ. Was sagst du zum 2K20 Trailer? Äh. Ja. Juckt mich eigentlich nicht. Weil das, was man in der Gameplay sieht, sieht jetzt nicht so krass hammer aus. Und der Rest ist halt. Ja. Also. Gut. Roman Reigns ist auf dem Cover. Und Becky Lynch. Wow. Toll. Das ist eine ganz einfache Sache. Man wollte Roman Reigns aufs Cover packen. Und man dachte sich. Ach. Der ist ja eigentlich. Viele Leute hassen den ja. Und dann packen wir mal lieber noch irgendwen drauf. Den die Leute leiden können. Und da ja die Frauen sowieso gerade bevorzugt werden. Passt das natürlich auch sehr gut. Und dann kann man das bringen. Und pack die alte noch mit aufs Cover. Aber so wirklich krass besser aussehen tut sie es eigentlich auch nicht. Ähm. Ja. Was sagt ihr dazu? Ich finde den Trailer aber irgendwie. Also der ist zwar cool gemacht. Aber. Irgendwie fehlt mir der Sinn darin. Weil. Die sind da auf irgendeiner Party. Und Becky Lynch fällt. Durch die Decke. Wo ich mir denke. Ist das dumm oder was? Und dann. Äh. War es das. Also. Weiß nicht. Was die Story dahinter sein soll. Aber gut. Ähm. So. Der Hyde ist tot. Kann mich gerade nicht mal begeistern für die Paper Views. Lilly. Du musst ja auch NXT gucken. Die Grafik sieht irgendwie kacke aus. Äh. Sieht jetzt auch nicht anders aus als alle anderen Spiele. Irgendwie. Das. Das. Das ist halt. Besser wird es nicht mehr. Neue Engine gibt es erst im nächsten Jahr. Ähm. Ja. So. Gentleman's camp. Und sie ist ne man. I give you. The gift of Jericho. Drink it in man. Ah. Hier kommen schon wieder Subs rein ey. Hier flippt doch alles schon wieder aus. Alter. Okay. Ich baller mal schnell durch. Ähm. Anko Bua. 30 Monate Resub. Aus dem Urlaub zurück. Und direkt wieder Martin Gönnen. So muss es sein. Nox. 8 Monate Resub. Scheiße. Das erste Kind ist fast da. Ich bin nicht der Vater. Niemand ist der Vater. Ähm. Windbestäubung. Sascha Vogel. 14 Monate Resub. Äh. Wie die Zeit vergeht. Auf jeden Fall. Bash. 2 Jahre am Start. Borussia. 28 Monate Resub. Space Gigs. 24 Monate Resub. Onkels. 29. Stufe 3. Ähm. Sehr gut schon mal. Ich hab übrigens mir jetzt einen Plan gemacht wie wir das machen. Mit den Autogrammkarten verschicken. Ich hab wieder einen goldenen Stift. Ich kann wieder einen goldenen Autogrammkarten verschicken. So. Tara Ryan. Äh. Chris Houghton. 5 Monate Resub raus. Auch Stufe 3. Alter wie geil bist du denn? Das ist ja nice. Krass. Ähm. Maxinho. 33 Monate Resub. Elzecho. 18. Sascha Vogel schenken. Sub an Dustin. Justin Dog. So rum. Vielen Dank. Natürlich auch für den dicken Dank. Skullcrush. 2 Monate Resub. Silver Nero. 22. Lefix. 13. Tanzwut. 30. Und Filinos. 11. So. Meine Freunde. Ähm. Ja. Was sagt der Chat? Ricardo. Du hast das im Blick. Ich blick da überhaupt nicht durch. Hast du mitgekriegt? Du hast mir noch einen Link geschickt zu dem Lohne Star Lied, ne? Und der macht jetzt in seinen ganzen Charakteren. Ähm. Guckt er sich das nochmal an und macht dann da halt live reaction quasi zu diesem Video. Ist ja lustig. Ich weiß. An diesem Nazi-Opera ist das sehr lustig. Ähm. Ist The Rock auch bei Madden mit da als Legende kaputt? Ich glaube nicht. Naja. Hab ich das richtig mitbekommen, dass du die Karten schon versendet hast? Wenn ja, dann hat die Post ein Problem mit mir und deinen Zusendungen. Paco. Ähm. Da du aber Stufe 3 Sub bist, ging dein Dings erst raus, wenn ich den goldenen Stift habe. Und den hab ich seit heute. Und deswegen hab ich eben gerade, kurz vor dem Livestream, war ich bei der Post. Und hab dein Ticket verschickt. Also es kommt jetzt. Ich finde das Cover und den Trailer zu 2K20 sehr nice. Äh. Nicht nur Fan von Roman, sondern auch so. Ja. Generell ist das ja auch okay. Aber man braucht halt Gameplay so. Und. Ja. Weiß ich nicht. Es sind halt ein paar Sachen, die müssen ein bisschen besser werden. Aber im großen Ganzen ist das letzte Spiel schon geil gewesen. So. Sascha schenkt nochmal ein Sub an King Omega. Das 63ste Sub, was er geschenkt hat. Das ist ein krasser Typ. Ausi. Wann gibt's wieder Wrestling? Ähm. Am Samstag gibt's NXT. Und am. Nein. Ja. Hohoho. Ja. Okay. Okay. Also. Der Kabel. 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 Wer hat der Kabel? Alter. Tanzwut. Hast du dich verklickt? Das kann eigentlich dein scheiß Ernst sein. Tanzwut Donner 200 Euro raus. Dafür, dass ich nicht zu deiner, zu eurer Show kann. Was ist los? Das ist endlich mal eine Entschädigung, die seiner würdig ist. Muss man mal sagen. Ja. Also das ist natürlich vollkommen korrekt. Alter. 200 Euro. Du bist doch nicht mehr ernst. Dich die Junge. Du bist doch ein Draschdorf. Hast doch überhaupt. Oder wie oder was. Der Kopfschock. Alter. Das ist doch übelst krank. Alter. Fettes Küsschen auf deine Eichel. Das ist ja wirklich absolut krank. Ich glaube, da bist du jetzt erstmal Donater des Monats für immer wahrscheinlich. Ähm. Vielen, vielen Dank. Einfach nur. Krass. Äh. Wir werden das Geld auf jeden Fall sehr gut anlegen. Ähm. Wir sind ja jetzt immer noch an der Hallensuche. Ich habe nämlich jetzt für die zweite Show, habe ich mir ein Angebot geben lassen von einer Veranstaltungshalle und die wollten 2000 Euro für den Abend haben. Ja. Guten Abend. 2000 Euro. So viel. Da kann ich sonst wen holen für 2000 Euro. So viel haben wir nicht nur Bookingkosten. Und Fahrkosten zusammen. Alles übelst krank. Falsch hättest du jetzt eigentlich immer noch nach Hause? Hm. Deswegen ja. Ich wollte ja eigentlich die zweite Show in Bernigerode machen. Bernigerode. Ja. Und da habe ich halt bei dem Dings angefragt und die wollten 2000 Euro haben. Und da habe ich gesagt, gut, dann nicht. Und da wir uns ja eine eigene Halle bauen wollen. Ja. Ähm. Muss das denn wohl so sein? Ähm. 2K pro Abend. Da kannst du tatsächlich bauen. Achso. 2000 pro Abend, da kannst du tatsächlich bauen. Ja, genau so sieht es nämlich aus. Weil mein Plan ist, dass ich die Halle baue, wo ich meine Wrestling-Veranstaltungen drin machen kann. Wo, ähm. Hier einige Boxvereine und Kampfsportvereine ihre Veranstaltungen machen kann. Weil da kenne ich jetzt nämlich ein paar, die auch regelmäßig veranstalten wollen. Nur halt für 2000 Euro ist halt ganz schön scheiße. Und wenn ich dann sage, okay, ihr kommt für 1000 bei mir rein und es ist halt alles Bühne und so weiter schon da. Dann ist das halt für die noch geiler. Deswegen wird sich das eigentlich schon rentieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr nice. Deswegen Tanzwutz 200 Klötze werden auf jeden Fall gut in den Laden investiert. Deswegen fettes Dankeschön dafür. Ähm. Und noch was. Vielleicht kann ich das Geld gleich dafür verwenden, wenn ihr das geil findet. Ich habe überlegt, wie es aussieht mit englischem Commentary. Weil ich habe mich jetzt für Deutsch Commentary gekümmert. Aber englische Kommentatoren wäre natürlich auch nochmal geil. Dann könnte man das ja auch auf englisch online stellen. Und dann wäre das ja eigentlich auch nicht so schlecht, oder? Machen Sie es vor. Die Deutschen, die können es einfach nicht. Deswegen. Also so einen guten englischen Kommentator davon einfach mal nehmen. Und dann die Unlimited Wrestling Show kommentieren zu lassen, ist glaube ich schon ganz geil. Deswegen. Also vielleicht mache ich das. Ich bin da. Ich bin da guter Ding. Ähm. Da braucht man die Deutschen nicht. Ja, aber es gibt auch viele, die wollen das auf Deutsch gucken. Äh. Kann man mit einem Amazon Fight TV Stick auch nett übergucken? Ja, kann man. Ähm. Wer ist der Typ? Ich bin Martin. Das ist mein Kanal hier. Ähm. Der Typ, das ist Riccardo. Riccardo Geisler. Zeilen des Zeichens. Profi-Footballer. Und Kinderschubser. Profi-Footballer. Ähm. So. Hast du alle Autogrammkarten weggeschickt? Nein. Jut. Das war die Frage. Gut. Ähm. Wir springen mal als Spiel, würde ich sagen. Nox. Das meinte ich. Dafür brauche ich mal noch irgendeinen Sound. Weil der gute Nox, der ist ja für meine Einblendung zuständig. Für diese Überblenden. Und den habe ich vorhin angeschrieben, ob er mir da mal einen Sound reinbasteln kann. Das ist wie hier so ein... Irgendwie sowas. So. Bob haut noch mal ein 7 Monate Recep raus. Vielen Dank dafür. Müscht jetzt mal ein Stück her zum Meer rutschen. Müscht ihr da auf dein Bild zu sehen sind. Wollen wir rummachen? Gefällt dir? Ähm. Du bist der Heilige heute. Oh Gott. Der Heilige. Das heißt nie, oh Gott. Oh Gott. Markus. 15 Monate Recep. Nice. Ah, ist auch ein Typ. So, was ist denn das für ein Vogel? Den kennst du nicht. Ne, kenn ich nicht. Ich auch nicht. Sehr gut. Gerade bei Football-Spielern finde ich das super krass, wenn die sich irgendwo zeigen. oder so ein... Es gibt auch manchen, da wird so eine Büste, so Hall of Fame Dings, da werden Büsten von den Typen gemacht. Und ich denk so... Setz den mit dem Helm auf und ich weiß wer das ist. Das ist Patrick Mahomes. Weiß man doch. Ganz klar. Das muss man wissen. Du hast es gerade im Chat gelesen. Nein, hab ich nicht. Wirklich nicht. Sehr gut. Ich hab ne richtige Fachkauf. Ich merke bisschen overhyped der Typ auch. Naja. Ist halt kein Geister oder? Ne. So, und das find's scheiße, Wolf. Was denn? Was finde ich scheiße? Das Spiel. Scheiße würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber... Also ich habe das letzte Spiel... Ich finde... Ich hab das letzte Spiel sehr sehr viel gespielt. Also, ja... Ich auch. Aber... Klecker. Ähm... Ich finde, es hat sich nicht viel verändert. Also... Aber wenn was gut ist, dann muss man doch nicht nur alles verändern. Ähm... Also... Also ich fand die alten Madden... Teile... Ich hab ja das nennt, äh... Besser. Ich hab ja erst letztes... Vorletztes Jahr quasi richtig angekommen, dass so viel mehr zu spielen. Um auch ein wenig zu verstehen, was ich da für Quatsch mache. So ein wenig, sag mal so 10%. Ja, aber was halt auch... Was halt auch schade ist, ähm... Was ist denn noch gar nicht mal anbieten? Nee... Ich hab nur die Updates gezogen und dann... Auf geht's. Was ich auch schade finde, dass das wieder komplett nur auf Englisch ist, ja. Ich weiß nicht, ob das... Weißt du nicht? Ob das... Zitat? Ja! Die Kommentatoren! Die Deutschen kriegen sie halt. Ja, das ist richtig. Ja... Aber so das Menü, finde ich, das hätte man... Ja, aber willst du denn wirklich jeden Spielzug ersetzt sehen? Ob denn da der... Der Antäuscher und der... Nee, nein. Das klappt nicht. Du weißt das? Nee, nein, das klappt nicht. Das will die... Wenn, dann machen die eh scheiße damit. Ich will ja nicht. Einen Anfall. Bitte? Ach, in der Nadel hat der einen Anfall. Einen Anfall, ja. Bitte wie? Bitte wie, wo, was? So, Felix haut hier noch einen Ries-Up aus. Vielen Dank. Hat er eigentlich noch ein paar von deinen Fans... Die haben richtig klar. Hat die... Ja, das ist der... Das ist einfach hier äh... Schwarmintelligenz. 170 Leute. Und... Die kennen sich in allem aus. Schau. So, glaubst du, dass WWE 2K20 Lumberjack und Goblin Matches kommen? Eigentlich müsste das möglich sein, weil das ist ja jetzt auch nicht so kompliziert. Da wird bestimmt irgendein kluge Modder... Wird das bestimmt mal auf... Auf PC reinbauen. Weil das ist ja jetzt nicht... Nichts besonderes. Dann lass mich überspringen. Das ist hier dieses äh... Oder Pro Bowl... Das ist... Oh, das ist immer den Krimis von der National Football League. Ja, da ist eine... Dann machst du hier... Exit, oder? Exit... Ex... Ex... Oh, da kann ich nicht mehr heißen. Ich will mir ja sagen, wer hat gewonnen. Und... Oh, das ist so klein. Ja, ja, ja. Siehst du... Was hast du denn da? Für eine Spielzeuge mit dir? Ähm... Bei dem neuen Madden habe ich jetzt noch nicht angefangen, aber bei dem alten ja... Wie viel Kohle hast du verbreitet? Alles... Alles... Achso, nein! Achso! Nein! Geld dafür habe ich nicht ausgegeben. Ach, das geht nicht. Das ist im Spiel. Der Matze ist ja so gekloppt. Er haut sich für FIFA dann schön. Das glaube ich. Nee, nee, glaube ich nicht. Also dafür gebe ich... Für sowas gebe ich kein Geld aus. So, ich habe letztes Jahr den Franchise-Modus komplett durchgespielt. Und ich bin mit den Bärs im Superbowl gerammelt. Hab den... Da habe ich das... Die reden heute noch darüber. Wie ikonisch dieser Sieg war. Und ich habe auch nur ein oder zwei Mal verstanden. Mit... Gegen den Computer? Ja. Beginner Modus. Ich verstehe. So, Exhibitionisten-Modus oder was? Ja. So... Plano-Spielen. Wie nimmst du überhaupt? Also ich nehme die Bärs. Ich bin ja eigentlich... Ich bin hier zu Hause. Ich bin hier zu Hause. Du kannst dich verbrechen, Junge. Macht das denn spielerisch irgendein Unterschied? Was dann wieder will Rookie? Was ich mal gemacht habe... Also ich hatte... Ich hatte das Problem bei den letzten NFL-Spielen. Ich war zwischen... Ich sage mal halb Profi und Profi. Es soll die Fans entscheiden, was wir hier für Teams nehmen sollen. Nimm doch irgendwas, das entscheiden wir. Nimm ich jetzt hier. Nein, warte. Ja, du könntest ja nicht wissen. Es gilt ja dein Rookie? Ja, ja. Problem. Okay. Du musst ja nebenbei noch erklären, was alles schön ist. Aber, das Ding ist, letztes Jahr hatte ich das Problem, ich musste den Schwierigkeitsgrad auf Halbprofi machen und es war zu leicht. So, auf Profi war es zu schwer. Ich musste also dazwischen, dann habe ich das mit dem Simulation Modus probiert, also nicht Arcade, sondern Simulation. Und dann bin ich komplett krachengehalten. Das heißt, ich hatte keinen richtigen Weg dazwischen. Das war halt ein bisschen scheiße. Willst du 6 Minuten spielen? Ist das nicht gut oder was? Das war so lange. So wie mein Penis? Das weiß ich nicht genau, wie das war. Ja. Du kennst sie. So, ja doch, komm. Na dann spiele da, dann stell das ein. Ja. Also, was soll der gar nichts? Wie findest du meine Dragon Ball-Signal? Ja. Sehr schön, Martin. Ich bin zwar kein Dragon Ball-Fan. Die habe ich zusammengebracht. Ja, das ist toll. So was kennst du ja. Na, hab ich gemacht. Ja, aber das war lustig. Ich hab so ein nice Ego. Lass mal laufen. Ja, das ist ja die Überschreibung gegangen. Wohl kaum. Was heißt hier wohl kaum? Was ist das denn? Ja, eins als Navi-Word. Fight the Coach als Kommentator. Ja, ja. Der ist da wohl noch irgendwie. Hä? Aber kommentiert? Wie kann man kein Dragon Ball-Fan sein? Ja, das hat mich schon zu tun. Übrigens, weißt du wen wir jetzt im Wrestling Gym waren? Wir haben jetzt einen Ring. 18. Und auch richtig gut. Also, äh, der erinnert mich schon an sich. Weil er oft so kann sich schön einen kleinen Google machen und so. Und der rupt die Leute auch. Der rupt die Leute auch. Der rupt die Leute auch. So ein Boxster. Richtig geil. Also wir brauchen dich nicht mehr. Wollt ich zumal sagen. Wir haben jetzt eigentlich. Ich nenne hier auch einfach nur Bakao als Wurz. Vata, danke für Deil Lisa. 25 Monate. Markus hat noch 15 Monate Lisa raus. Ich werde dir ja wirklich schon sagen. Aber ich danke dir natürlich auch. Es gibt noch mal eine Wünsche. Ne, das ist... Abonnibe. Marcel Bartow, kennst du den? Axel Dizolvino, weißt du? Ja, ja. Der hatte jetzt in Amerika natürlich bei NXT einen Auftritt und als er rauskam, halt einen Hitler-Gosen. Das hab ich gelesen, ja. Ach, der ist das, ja? Der ist jetzt bei NXT. Ja. Stamm. Ja, da waren wir jetzt auch nicht bei NXT. Ja? Ja, ja. Aber ist es nicht dünn, wenn man zusammen mit dem gleichen Dings spielt, dass ich... Zusammen mit dem gleichen Dings, was ist das gleiche Dings? Wenn wir zusammen auf NXT gucken, will ich auch fast machen. Ja, das haben sie... Das ist scheiße. Das ist kacke, ja. Ich hatte mal vor 1000 Jahren mal irgendwo auf YouTube so ein Video gesehen, da konnte... Da gab es auch so Fernseher, die quasi mit einer Kamera geguckt haben, wer sitzt vorm Fernseher und haben denn verschiedene Bilder ausgeschreit. Und das wird theoretisch mit... Wenn das mal jemand machen würde... Ähm... Ach, scheiße, das ist irgendwie falsch. Wenn das mal jemand machen würde, dann könnte ich halt was sehen, was du nicht siehst. Und das ist halt eigentlich ganz geil. Technik, die die Welt begeistert. Guck mal, Mats ist im Chat, kannst du mal einen schönen Gruß stellen. Warte, Junge! Wo bist du? Warte, Junge! Warte, Junge! Kasher kommen, Mats in. Warte, ich weiß nicht, Mats. Was soll ich sein? Steht doch noch! Aber ist die eigentlich die neue Playstation? Ja! Für 0... Ist ja nix, ne? Ich halte meinen Job. Es ist wirklich gut, dass wir das nicht sehen. Aber ich sage es mir so ehrlich, dass ich hier rübergeguckt habe. Ich habe da nicht rübergeguckt. Au! Au, dann hast du schon mal einen Cheat ziehen. Wenn ich sowas immer bin, das ist bei Matz immer. Wenn Matz und FIFA spielst du? Vielleicht hat er einen Schlaganfall oder er schießt einen S. Am Weisig besuchen. So, dritter und zwei. Na, das ist ja wohl auch kein Problem. Das truppt sich da drüber. Der gibt ja wieder so einen Zwecke Cheat. Ich mache da gar nichts. Das ist alles schwer. Warum sehe ich nicht die Knüppel von den Jungs? Welche Knüffe? Wenn ich r drücke bei der drücke... Was machst du denn da? Oh fuck, ich habe vergessen was ich spielst. Genau. Was sind die Knüffe denn? Ja, sonst wenn man ein R gedrückt hat, dann hat man noch mal A, B und X. Dann müssen wir aber Tröpfchen. Was? Das habe ich gar nicht gesehen. Doch. 1 A Spielzeug. Kannst du den mischt sagen. Alter. Guck mal, die stehen schon. Wieso? Ach du hättest lieber eine Animation? Das ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist so unruhig. Was heißt denn? Hättest du nur eine Animation, dass sie da hingehen oder was? Naja, dass sie den Huddle auflösen. Und dann sich an den Spielzug... Hand aufsteigen halt, ja? Ja, wenn du zuerst allein das Spiel nicht aufsteigen. Aber wenn du das immer noch rein willst, dann bist du ja noch immer beschäftigt. Du bist ja so schon beschäftigt. EINE Stunde bei einem Spiel. Das ist nicht mehr drin. Naja. 21 Touchdown Passes. Just 7 Interceptions für ihn letztes Jahr. Ich kann auch mit dem Nachdenken. Das ist nicht so schlimm. Nachdem kann es auch herkommen. Wie soll ich dich mal aus deinem Spiel hier quetschen? Und dann... Ich bin schnullmachig. Das kann man nicht mehr sehen richtig, ne? Ich weiß, was man auch nicht sehen kann. Das ist scheiße. Ich weiß nicht. Was ist das denn? Wann ist das jetzt noch gar nicht mehr beliebt oder was? Ja? Ja. Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja schon... Ich weiß doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Ich weiß eigentlich nicht. Guck mal nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du da vor Scheiße einsetzt. Ich verstehe jetzt. Entschuldigung. Oh, der ist ja gerade so, nett, mit dir zusammen bei Lundspazierst, oh, der ist ja gerade so, nett, mit dir zusammen bei Lundspazierst, oh, der ist ja nur da, die 69, die ist ja nur da, die 69, die ist ja nur da, ich muss mich da auch mal ein bisschen reinführen, ich muss mich da auch mal ein bisschen reinführen, aber was hast du da drückt, eben hat man noch die Knöcke über die Menschen, über den Köppen hier sehen, so, 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 so 3 Plays, 3 Successful Plays in Plus Territory, now this defense on its heels a bit, it seems like they had some wrestling life übertragen, or Twitch, or Twitch, or Twitch? Wir können das vorher aus Twitch aussprangen, wie Bock hast. Fummel, da stöhnt lang rum, ey. Was ist das? Sieh, der Marschall. Witz und dann, wenn man das schon wieder ist. Was hat sie jetzt noch raus? Süß. Oh, das sieht nicht schön aus. Was ist das? Ich weiß nicht, wenn ich wissen würde, was du hier drin machst. Was? Das wird nichts. Hä? Warum? Äh, das wird nichts. Er hat einen falschen Cheatcode eingegeben. Oh, das wird jetzt auch mischt. Oh, das ist doch nicht so, wie kann man das eigentlich nicht anzeigen, wenn man so das verstehe ich nicht. Vielleicht weil wir... Das ist ein Zusammenspieleransatz. Nein, ich habe schon wieder den falschen Cheatcode. Ich wechsle immer auf irgendeinen, bin dann überrascht, dass ich auf den gewechselt habe und dann renne ich mit dem komplett außerordentlich. Was ist das? 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 Warum denn immer das Zeichen bei mir weg ist? Das Zeichen? Das Zeichen? Der Punktewurf wäre jetzt nicht schlecht. Ich finde es auch okay. Ein bisschen anstrengend. Naja. Sicher hat noch ein 33-Minute-Lieser. Kenwood? 12-Minute und Stufe 2. Alter. Kommst du zu unserer Show? Willst du einen Freiticket haben? Bei Stufe 2 unsere? Dann schreib auf jeden Fall mal. Ach du Scheiße. Let me do it! Okay. Okay. Er wollte auch noch. Er wollte mal richtig durchdrehen. Wir wollen es zeigen. Hm. Rest in Peace holt ein 26 Monate Result raus. Sehr schön. Auch nicht. mitä? Wann ich nicht mehr losheißen? Nein. Du musst denn? Du musst ja gehen. Wenn ich den Team nicht schon gehört habe, was ich nicht gehört habe, wie du? Wann ist das so besonders gut? Aber vielleicht liegt es ja daran, dass wir beide auf den Bildschirm klicken und dass wir mehr Spieltücher finden können. Inneren Luft. Ich habe schon mal die umgedeckert und in der Mitte abgeschnitten. Traurig, ey. Was heißt traurig, ey? So, was soll ich denn jetzt machen? Du als mein Trainer musst du mir nochmal einen Tipp geben. Da sind wir überhaupt 2009. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Weißt du, was ich jetzt mache? Nee. Ähm, ich habe angefangen mit dem Weg. Wunderst? Ja. Okay. Gucke an. Gucke dir den auch an. Gucke an. Ja. Einfach mal so Hütergang in deinem. Ja. Ja. Und mal rein. Ich weiß mal. Ich habe zwar jetzt hier ebens die Dinger auch müssen. Weil du ja andauernd irgendwie dich oben einhackst und so wohnkampfmäßig. Bist du ja immer an die Rundtübeln. Aber... Aber... Ich weiß mal, freu ich mir, ey. Wer macht das denn? Ja. Ja. Wollte ich ja immer damals schon bei T.S. machen, aber... Nee. Der ist ja jetzt weg, ja. Der ist weg, ja. Aber der hat doch noch mit. Ähm. Mittwoch um... Oh. Entschuldigung. Ähm. Mittwoch. Um... 17.30 Uhr. Und Feierabend. Eine Stunde. Wenn ich den Halschütteln muss. Das ist alles mit. Die Halschütteln. Ich war schon recht. Ich muss eigentlich die Lärme nehm. Ahja. Ich habe ja. Ah ja. Soweit, auch so forte. Wenn man das kennt, wird das jetzt nicht stattfinden. Ja. Und dann noch. Irgendwann wird das schon stattfinden. Wie viele Leute müssen jetzt lernen, die eigentlich jetzt gerade in das Spiel kommen, obwohl es in der Teilzeit ist? Zu weit! Oh! Oh. 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 Oh! Oh. Oh. Wir hätten damit rechnen können. Womit? Nur mit? Ich weiß es nicht. Warte mit hinten? Achso. Das ist wirklich klar. Ihr wisst nicht, wie ich gegen die Computer spiele. Aber... Schön, wenn du trotzdem ein paar Pölen stehst. Oh Mann, das ist etwas... Anstrengend. Oh fuck! Der Druck! Der Leistungsdruck ist zu hoch! Oh, das ist auch knapp. Klappe Käse. So! Wann geht es die Pre-Season? Juniavitz? Nächste Woche, also die Pre-Season geht nächste Woche. Ah, das Paul-Le-Fan-Game war ja schon. Eigentlich ist das ja schon die Pre-Season, aber... Nächste Woche geht's... Dann muss ich also wieder meine Leistungsdruck am nächsten Tag verschieben, wenn ich die Sonntags wieder... Richtig. Richtig. Wie kann ich ihn eigentlich abkirmen? Hier, wenn der Ball kommt. In der End... Also ich kann Kick... Ja, Kick auch mal raus. Einmal in der Endschufe, in der Endzone stehen. Also nichts drüber. Nee. Ich muss auch passen, dass der nicht automatisch aufsteht. Ja, nee. Das ist ja halt das Ding. Der alte Schräge. Findest du das mal in der Fall? So... Oh, warte erstmal. Wir sind jetzt in den ersten Zügen. Ähm... Es hat sich nicht großartig aus Veränderung. Nee, aber ich finde es sieht irgendwie... Es sieht scharf... Erfrischender aus. Ja, irgendwie... Findest du ja. Ja, es sieht irgendwie schärfer aus und irgendwie ein bisschen... Wie sehe ich's? Schwer zu beschreiben. Irgendwie finde ich... Also man merkt schon, dass es neu ist. Aber... Wenn man noch nicht so schnell läuft, weiß ich, ob man jetzt auch nicht so schnell läuft. Oh, was ist das? Wie ist das denn das? Ähm... Wie ist das eigentlich? Nee, das ist das Leiden, meine ich. Einfach nur die beiden Knüffel. Ich hätte zumindest in Vorbereitung hier rufen, weil die Chudong jetzt spielen sollen. So... Scheiße. Was ist denn? Weil du überhaupt so ein Scheiße warst. Was ist das? Ja, das ist wirklich wichtig. So... Das ist ein kleines Package. Ich weiß nicht, warum... Das war trotzdem okay. Das war trotzdem okay. Das war trotzdem okay. Der Dino-Fight ist toll, eigentlich. Der Dino-Fight ist so ein Zeichen. Das war trotzdem okay. Der Dino-Fight ist so ein Zeichen. Der Dino-Fight ist so ein Zeichen. Amann sieht man jetzt nicht einmal aus dem Show. Wir haben die wichtigsten Hayes, den weil immer noch passieren jetzt dahin nicht blurry ist. Ich will schon mal sehen, das ist ein Zeichen. Obj oder so. Also, guck mal, in Zukunft äh, hast du noch eh was? Ja, nur, ich muss noch häufiger denn nur. Das war zu viel, ja. Das ist gut. Schon mal, ich guck jetzt auch immer nur Japan. Aber du hast doch den ganzen Tag nichts zu tun. Das möchte man meinen, ja. Aber ich guck halt den ganzen Tag irgendeine Scheiße und dann bleibt Zeit. Ich hoffe ich trotzdem nicht jede Scheiße zu gucken. Ich weiß nicht wie viel, äh, wieviel ich bin von einem Weg guckst. Aber das ist... Ah, in letzter Zeit grau ich mir, aber das ist ja auch nicht mehr so... Die haben fünf Shows in der Woche. Das ist zu viel, oder? Ja, das ist genau. Aber ich hab ja ganz anderes zu tun. Und ich weiß nicht, langweilig ist es... Das heißt langweilig, aber so die... Charaktere sind einfach nicht mehr so da, ne? Wie vor... Aber es... Die ganzen Nachwuchs-Shows sind halt geil. Also nicht Raw, SmackDown und alles andere ist halt echt geil. Aber du musst halt... Den ganzen Kack gucken. Und das sind halt schon eine... Zehn-Stunde-Elf-Shows. Die du mit der Scheiße füllst. Ich find das schon noch cool, aber... Wie gesagt. Aber jetzt kommt es auch. Jetzt wird alles anders. Das ist doch krass. Ich hab schon wieder verkackt. Was ist das? Ich hab schon wieder verkackt. Was ist das? Ich finde du solltest gut werden. Lauf zurück! 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 Zur eigenen Endzone. Ja! Das besser ist. Okay. So Ballaffin machst du ja noch nie so. Nee, 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 nee. Scheiße. Hier ist Mats. Oh? Ah! Na ja. Oh! Wird ich nicht so in die Ecke neun! Na ja! Oh! Das ist hier Mats! Doch Mats hat sich rasiert! Ich bin Watzel. Ich bin Watzel. Das ist nur 1A. 1A Kitsch. Noch besser war Kitsch als ich. Ich hoffe mal zurück. Neeeeee. Scheiße. Scheiße wo ist. Neeeee. Scheiße wo ist. Neeeee. Scheiße wo ist. Scheiße wo ist. Neeeee. Scheiße wo ist. Scheiße wo ist. Scheiße wo ist. So jetzt aber. Jetzt sehen Sie den ersten Touchdown hier. Von den Behrens. Schauen Sie sich das mal an. Wie das funktioniert. Oh wa. Ah. Oh den hätte er doch auf dem Boden hätte er den nochmal fangen können. Da hat er doch fast in der Fresse gekriegt hier. Fassen an. Mit dem ein. Oh ja. Ich bin wenn er soehr ist. Na ja. Wie ist das verstanden. Also wenn ihr bei uns zur Show kommt. Da könnt ihr diesen Ding auch an der fix krassen. Die Box zeigen. Also wenn ihr bei uns zur Show kommt, da könnt ihr diesen Ding auch an die Box drehen. Ich weiß nicht, wenn du bockst. Hast du das eigentlich schon ausverkauft? Nee, 177 von uns. Und die passen da rein? Vatuations. Oder hast du noch ein bisschen Luft, ne? Ja. Eigentlich brauchten wir 180 Personen. Um es zu tun. Wer kämpft? Wer kommt da? Wer ist da? Wir haben ein schönes Video vor. Und so. Es kämpft Joey Legend gegen Damek. Dann haben wir Marcos Monero. Dann werden wir da. Das kämpft schon. Kann sein. Kann sein. Dann Schwerter gegen die Sargeants. Das ist Sargeant. Hier. Äh, das wird nicht einfach sehr lustig. Ich drück ganz schon mal. Dann kannst du deine Lachpalten schon mal eingravieren. Das wird echt witzig. Das war noch richtig schauce. Ich hab schon ein paar Ideen. Super Pair, ey. Oh, das war schon scheiße. Ah, das kommt gar nicht gut. Also wenn ich es wirklich schaffe, dann bin ich... Also komm mal da. Kämpft Tony jetzt eigentlich noch? Nein, äh, Tony Hartin kämpft nicht mehr. Der, er ist woanders. Die Sargeant. Aber wir haben Cem Kaplan. Was? Und Stimme. Und Stimme. So, wenn Stimme. 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 Das heißt Dürmerkämer. Was ist der Dürmerkamer? Stimme. Stimme. Ehm, hier aufs Schmuck, also wird auf dem Fall richtig aufgelaufen. Und die zweite Schuhe wollen wir den Dezember machen. Und wenn's nach hier geht im besten Fall in unserer Halle. Also der hat sich gebaut? Ja, wenn das alles sehr gut funktioniert, dann sehr gerne bei uns in der Halle. Ansonsten würde ich mich überein. Vielleicht hier in Hasleben oder so. Verschickst du den Kappen über in der Halle? Ja, also. Brennst du Deutschland aus? Ja, echt haben wir geblieben. Die Dörfer finde ich nicht, aber eigentlich von diesem... Ich sag mal in zwei Stunden, oder? Was machen wir mit Giveaways? Davon habe ich vorhin ein paar weggeschickt. Das war auch ne Story. Ich komme da an, mit meinen Versandtaschen, wo Sachen drin sind. Und die Frau war komplett über Frau. War komplett über Vorwort. Die Postante, die wusste ja auch nicht, was los ist. Also, wow. So cool. Ähm. Die hatte auch ein paar Sachen, hat sie gesagt. Da weiß ich nicht, wie man das funkieren soll. Da müssen Symboln immer kommen, wenn meine Kollegin da ist. Ja, da hab ich jetzt ein paar Sachen verschickt. Bei weitem nicht alles. Das ist halt... Fachpersonal. Da haben wir uns ja rein geholt. Ne? Auch mal. Ich kenne von deinen Schülern, wenn man was zu sagen darf. Also, wie wir jetzt in der Söns da sind. Ich weiß es doch auch nicht, wie man das nennt. Ja, da kämpfen wir einige. Echt? Ja, das ist schon mal richtig schlecht. Wir sind alle top. Kannst du sagen... ...er macht da viel da für, ne? Ja, Leute... Das war aufrichten. Wie klein! Mach's nicht mehr auf den Schülern! Na, was noch nicht mehr auf den Schülern? Ich schicke das auch nicht? Ich glaube, ich hab das jetzt ja wohl... Demhielchen runter. Schöner Arm-Drag hier. 100 Nr. 6 Nr. 1 So, der Anfänger haut einen 3-Monat-Rieser raus. Nice. Gehalts zur Anfänger. Aber er fängt heute nicht an. Er hat vor 3 Monaten angefangen. Ist eigentlich noch jemand Football von deinen Fans? Weiß ich nicht, spielt einer von euch Football? Also kann ich Emote benutzen, bin aber kein Sub. Kim Omega, guten Tag erstmal. Du hast vorhin einen Sub geschenkt bekommen. Ah ja. So kanns gehen. Was denn du da immer? Weil sie nur verwirren. Weil sie nur verwirren. Ja, aber er will nicht schessen. Ach, schiss mal. Ach, das ist interessant. Jetzt mal aufregend, dass keiner frei steht und dann einfach selbst in den Inzigen bringen. Das sind die Richtigen. Wir haben keine Ahnung und ich habe schön gemacht. Ouh, amからd nicht richtig geschenkt. Und ich habe schon mal gegen Wangebot hier in Spiele geschenkt. Ich habe kein Gemüter. Ich habe keine Ahnung lassen. Sie sind halt nicht weg oder? Wer ist weg. Regensburg. Ja und ich weiß nicht, woher jemand hinfommt. Das ist aber nicht. So, ich weiß das nicht, woher man immerhin kommt. Ich habe gesagt, schon mal um das Spiel. Ja genau, das könnte auch gut. Tja. Aber ich dachte, ich lese, dass irgendein Spiel abgesagt wurde. Hm. Oh, der klappt euch. Was ist denn jetzt? Tja. So scheiße gemacht, ne? Hm. Cool. Das war so eine Scheibe. Gott. Das ist so stark. Alter, das ist cool. Mensch, hör mal. Da kriegt auch viel Geld von mir. Aber das ist doch zu cool. So. Ciao. Ah, fuck! Wieso springt der nicht rein? Wenn ich das will. Tja. Die anderen sind einfach dazu. Du sieh. Du sieh. Du sieh. Wieso? Du sieh, komm. Ich hab' den Regensburg. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab' den Regensburg. 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 Regensburg. Regensburg ist auch gut. Aber ihr wisst, Freunde. Regenboden kommen alle aus der Jenny Welt. Ich hab' den Regenboden kommen alle aus. Das ist dort. Das weiß ich auch, glaub' ich hier. Das ist doch. Ich kann jetzt schon sagen, wie das 2K21 Logo aussehen wird, das ist doch nur das gleiche Logo. Ich nehme an die Scheiße bevor du wieder mitgekriegst. Hinkspuck, American football, du hast aber gesagt. Ja, der hat aber nicht schrieben, Phoenix. Natürlich stimmt das, wenn der Lott nicht schießt. Also wird sich ja wohl keiner New Yorker Lions nennen, obwohl sie im Rollenschlag spielen. Also muss ich doch keiner sein. Das ist ein anderer. Warum die New Yorker Lions heißen, nicht Rollenschlag? Einer bei mir in der Schule spielt auch bei den ... in der Schule eins. Was muss ich jetzt machen? Was kann ich machen, damit ich den noch einhole? Nix. Das ist so. Der zerscheul ist nicht. Devin, der meldet sich jede Woche an. Verkommst. Der ist denn ja. Also die spielen aber jüngere, oder? Nee, der ist aber nur jüngere. So. So. Aber ich gebe er. Nein, der hat zwar zwei von den Räumen gelegt. So. Der Vorschein, ey. Wenn ich das zu zweit spielen habe, dann überhaupt eine an der anderen. Ich kann mich nicht mehr sagen. Die beste ist wirklich, wenn man das online spielt. Spielst du das viel online? Spielst du die Leute weg mit deinen Jeans? Das ist viel. In letzter Zeit, also jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr. Außer man kann nur die Betten raus. Aber... Das war scheiße. Das war ein Glück. Das ist der Regeln. Wieso? Ist das gut? Das ist der Kuppertörner. Die Kuppertörner habe ich angesehen. Das ist die Kuppertörner. Das ist die Kuppertörner. Ich habe auch einen Kuppertörner. Ich habe ein eigenes Kuppertörner. Ähm... Übrigens habe ich vorhin schon gesagt, ich habe jetzt 100 Kuppertörner Kanalmitglieder. Aber ich habe jetzt 100 Kuppertörner. ähm... Das fand ich auch sehr lustig. Da kamen einmal 20 Leute dazu. Nur weil ich gesagt habe, dass ich in dem neuesten Video über die Nippel von Becky Lynch spreche. Kann mir wahrscheinlich... die Kuppertörner müssen auf jeden Fall ohne 1 nehmen. Wäre das eigentlich gut? Wäre das eigentlich gut? Wäre das gut? Ich habe gestern gar nicht gespielt. Nö, ich weiß nicht was ich hier mache. Ich drücke den Kuppertörner und... Schau wo mal... Mist. Das war Scheiiiisssss! Ey... Wieso hat der Ding nicht gefangen? Haben wir ihn nochmal? Aber im letzten Teil hätte der Ding nicht gefangen. Also da wären wir wahrscheinlich... Aber Realife hätte doch den wahrscheinlich auch gefangen. Aber haben wir da vielleicht ein bisschen... Wenn du diese aggressiven Catch von oben hast... Das vielleicht nicht so irgendwie ist? Weil im letzten Jahr war das so... Wenn ich den versucht habe... Aggressiv irgendwas zu fangen... 100% zu fangen... Du kannst es aber auch einstellen... Dass du aggressiv fangen soll... Weil du kannst ja mit uns oder mit uns entscheiden... Ja, na gut... Aber... Letztes Jahr habe ich das häufiger mal gemacht... Wenn du jetzt mal weiter geht... Jetzt drück mal... Dann kannst du Adjustments einstellen... Wie er die fangen soll... Die Bälle... Das ist mir zu kompliziert... Ja, siehst du? Das ist mir zu kompliziert! Ja, es ist auch nicht einfach... Es ist halt... Ja, aber ich habe... Ein bisschen mich da reingearbeitet... Und deswegen konnte ich... Ich weiß schon was ich hier tue... Auch wenn ich manchmal... Auch wenn ich manchmal Run... Auch wenn ich manchmal Run anklicke... Und dann... In dem Moment danach vergessen habe... Dass ich eigentlich einen Run machen wollte... So wie jetzt gerade... Äh... Jetzt nicht mal den... Ne? So im Groben und ganz verstehe ich schon was ich da zu tun habe... Ja... 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 Ich... Er hat mich hier sehen. Er hat mich hier sehen. Wie willst du ihn sehen? Er hat das Schäden in der Sicht. Oh ne. Oh! Aber auch das? Wie kann der den nicht fangen? Ich weiß nicht. Dann scheint doch, dass die Damen dran gedreht haben, dass die nicht mehr so easy sind. Kann natürlich auch scheiße sein. Mir ist jetzt erstmal egal. Wenn sie noch irgendwas fangen. Aber theoretisch. Ich war auch wieder unruhig. Kann ich auch wieder nicht holen. Hier, ich laufe mir als Base. Ganz ein bisschen. Was ist denn das jetzt? Was ist das für ein Spiel? Was? Jetzt? Was mache ich? Kannst du unser nächstes Mal einspielen? Kannst du das überwarten? Kann ich. Das ist ja eigentlich? Was machst du? Was machst du? Marende? In der Tagschirm? Oh, was hast du überhaupt eindeutig? Haha. Wirst du noch spielen können? Wirst du noch spielen? Ich würde gerne wieder spielen können. Ohhhh... Nein, das ist doch nicht. Ich weiß nicht, du läufst. Ja, muss ich? Ich bin ja. Du läufst in die Gründe, du hast vielleicht runtergesteilt, oder? Also. Was machst du denn mit dem Tag schon? Was ist denn das für eine Frage? Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? So? Das sag ich dir nicht. Ja. Wir werden immer wieder spielen. Ich spiele ja immer Sonntags. Das ist halt scheiße, wenn ich Sonntag bin. Im Training geht vor. Am 18. Am 18. Ja, wir werden. Also. Wenn ihr eure Spiele Sonntags macht. Ich müsste sagen, das ist nicht für das Auto. Aber gut. Was ist denn das? Ich muss das nicht. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Ja, die Dacke hat noch eine Fahne. 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 Ja, da war er sofort durch. Was hätten wir machen? Was hätten wir machen sollen? Verwinden. Die Defensivisten sind selten. Und umstellt. Dann können Sie sich nicht bei den Schienen machen. Ich mache keine Schienen und die umstellt. Ja, der muss man so ein bisschen bei den Schienen umstellt. Und die umstellt. das erste Spiel, das ich glaube, ich mag sagen, das habe ich gewonnen. Da hat er ihn weint und deswegen reich die Sache zusammen. Warum machst du denn das immer? Warum schiebst du ihn nicht immer rum? Du hast einen Grund für und du musst mich doch einweihen in deine Reden zu der Fülle. Das ist besser, wenn man nach außen geht, wenn ich in die Mitte. Weil, aber nur warum. Ja, das ist... warum das ist? Ja, weil man... ich denke, er kann auch noch aufzuhören könnten. Von der Mitte aus kann er sich auch noch entscheiden, ob es links oder rechts ist. Was ist das? 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 Jetzt geht hier der Rute euch jetzt alles schön hoch. Kannst du dich bei mir im Pool nehmen? Du hast den Club. Du bist jetzt hierher schön. Du bist jetzt hierher schön. Du musst ihn mal ankommen. Jetzt hast du dir deine Navi lang gekauft. Du bist so ein kleiner Kinderpool. Ach so, ich dachte jetzt hierher. Da kommt so ein riesen Ding. Hier die HMA und Ricardo. Oh, gerade ein Werfen. Oh, gerade ein Werfen. Rote Karte. Wie lange streamt ihr? Ein paar Minuten noch. Bis sich Ricardo auswärft, weil er mich jetzt so unfair spielt. Bis sich Ricardo eh nicht rauscht. Ja, das stimmt. Was soll denn das mit dir hier? Was soll denn das mit dir hier? Total gut. Alles schieb gegangen, was er jetzt schieb gehen könnte. Also viel schlechter als irgendwas langweilig gewesen. Du musst aber auch dazu sagen, zu dem wollte ich gar nicht werfen. Ne? Ne. Ich hab's noch zu dem gedrückt. Weißt du was wir machen müssen? Aber ich wollte. Einen spielen. Und die ganzen Amis. Ich hab wirklich klatscht. Ja, das ist echt. Ich weiß auch nicht. Ich denke du sprichst schon. Nein. Ja, aber das ist also gegen die. Wenn man gegen Amis spielt, dann ist es schwer. Teilweise. Wie die jetzt taue ich mich immer zu machen. Guck mal eben wieder. Ich hab aus den Typen geblieben. Oh Mann. Wir haben aber mit dem Typen gewechselt. Und weil ich aber einen anderen vorher hatte. Der nach links hätte gehen müssen. Wechsle ich auf den. Und dann kommt der da auf. Und rennt wieder zurück. Ne, ist auch schön. 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 Die Frau gehörte in die Küche. Also ich würd's ja verstehen, wenn hier irgendeine Frau wäre. Aber wie kommst du denn jetzt auf die Idee? Wer hat dich denn gerade geblieben? Ja. Aber sie können Männer besser gucken. Ja. Das ist sexistisch. Ich hab bitte geblieben. Okay. Das ist zwar die Wahrheit. Aber die Wahrheit darf man nicht sagen. Weil die besten Küche der Welt sind leider. Jetzt bist du auch sexistisch. Was? 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 Google es. Google es doch. Das hab ich mir doch nicht ausgedacht. Was? Was? So, Rekarbe. Jetzt bin ich die Idee unter dem Bitzel. Weil dann zeigt mir was du geblieben hast. Verdammt. Was? Jetzt so. In die Decke. Und dann hast du das. Oh, das Fernsehwacke. Wenn jeder hinten rein kommt. Was machst du denn da für eine Scheiße? Du weißt doch selbst wie was du da treibst. Ne. Weißt du doch gut was du da treibst. Weil die Körper an eine neue Stoß. I love bodybuilding. Okay? Alles doch gut. Hat doch keiner was dagegen. Du hast mein Segen. Aber Heinrich, was ist denn passiert? Warum, was hat denn heute dich speziell getriggert? Was ist denn los? Ich stehe ja Formel 1-Spiele. Na dann, guckste doch. Na! Ja! Nein! Ist das geil! Wieso fällt der da rum zu strommeln? Der hätte doch noch eins keinen Loppen können. Ich war gerade... Oh nein, ich kann es nicht machen. So, so nichts passiert! Nichts! Da steht doch, da steht doch noch! Und streng ich direkt an. Hören wir auf Wunze zu sammeln. Ja, streng ich da auch noch ein bisschen an. Ja, das sind gerade... Das haben wir jetzt noch hier. Ah, da haut ein Rieser drauf. 12-0, bitte. Schön. Da drüber. Willst du auch WWE spielen? Ja, spiele ich. Jeden Sonntag. Und dieses Mal soll ich auch Samstag. Samstag, Sonntag spiele ich wieder WWE. Das ist wirklich ein bisschen schwerer, wenn du die Loppe siehst. Irgendwie das ist schon scheiße. Das liegt daran, dass wir es da nicht spielen. Aber es hat ja den anderen mit den vorne trotzdem gemacht. Das ist... Wenn du draufgedrückt hast, so... Das ist ja der andere Sack. In 19. Und die Römer ist in der Römer? Das ist ja der andere Sack. In 19. Und die Römer ist in 19. Nein! Lass mich denn los, Junge! Kuschelt ganz zur Olle! Heinrich, warum denn? Was hast du denn auf dem Herzen, Junge? Du schreibst anderen das gleiche rein. Das geht uns doch allen so. Die erste Liebe hat uns alle nicht verschont. Keine Schuhe. Nein! Oh, was? Das war richtig asozial. Das verstehe ich jetzt auch nicht einfach aus der Flagge, ja? Das war richtige scheiße. Du Wichser, Alter. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Runter, runter, links, A, rechts, B. Nun verstehe ich auch nicht, wie das passiert ist. Das war richtig asozial, Alter. Oh, was ist das? Das gibt auf jeden Fall Platzverweis. Das gibt auf jeden Fall eine rote Karte. Das gibt ein Eintracht ins Klassenbuch. Das ist auch der geilste Spruch, ey. Eintracht ins Klassenbuch. Das ist auch der geilste Spruch, ey. Eintracht ins Klassenbuch. Das ist auch der geilste Spruch. 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 Oh, oh. Da steht auch Abdoot drauf. Das ist auch der geilste Spruch. 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 Und die macht es zu lustig, um hier zu schreuen. Hier Heinrich, kennt das eine Frau, die kannst du mal abverladen. Mach die mal richtig runter. Nein, sowas darf es natürlich nicht geben. Ich verbitte mir, unwätsche Frauenfeindlichkeit. Das darf man heutzutage nämlich nicht mehr. Das ist verboten. Wieso vieles? Warum, Ricardo? Lass es sein jetzt, Junge. Wieso ist der das schon nicht gekriegt? Da muss ich schon sagen, du, Nummer 20 oder was. Kuss schon mal, die Halti kurz. Ganz einfach. Das müsste man mit dem Franchise-Monus einstellen können, wenn man schon im Coach spielt. Einfach Leute, die Kacken spielen, einfach Marci Haltkupsen. Guck nur, wie sie denn beim nächsten Spannung. Was glaubst du, wir würden jede WM in der EM, wenn die Fußballer die Haltekunst kriegen, wir würden alles gewinnen. Was ist das für die WM? Ich weiß nicht. Oh, Rundenfurt. Oh, Rundenfurt. Ist doch noch ein Trigger. Rundfurt. ... für die Team, die es verloren hat, um es zurück zu bekommen. Hm, Riccardo... ...das wurde nie mehr, deinerseits? Ja, ich weiß, aus steht trotzdem 41 zu 6. Das kannst du nicht halten, wie ein Dachdeck. Zahlen sind ja nun auch scheinbar. Nee. Oh... Man sieht, die können die Situation messen. Ja... Ist da auch Galaxy dabei? Was ist denn Galaxy? Sinds? Das war doof. Jetzt kommt das große Comeback. Jetzt kannst du sein. Jetzt kannst du dich reinzuschneiden. Ja, ich hab's hier drin. Ich hab's hier drin. Oh nhữngmitte hatred. Nein, southwestern nicht kann's naschen. Nein! Nein, es ist doch nicht. Oh, wir versuchen dieses Ding zu lassen zu hören. Nein! Nein! Oh! Ja, nein... Oh! Ich schamous inerve! » standen, ne sagt er nicht so? Uuu.. Hier ist er? Uuu.. ist er... Uuu.. ist er... Ist das mal raus? Ja? Scheiße. Scheiße. Ich hoffe nicht. So eine Pfeife. Müller, ey. Du wirst mal lieber bei deinem Beruf hier blieben. Wiesst du eigentlich viel gegen die Zuschauer? Wir haben 108. Was soll ich für nicht? Wir hatten vorhin nur 170, aber als du dich gesehen hast, haben wir die da. Soll ich. Dann sind die weg. Nee, eigentlich pendelt sich das immer. Ja, beim Anfang immer so an die 200 und dann pendelt sich das immer wieder rein. Aber die Leute, die da sind, das sind die geilsten. Das ist ja sehr sinnvoll. Gedenkt. Wir haben in so einem Fall nichts zu tun. Das war eigentlich... Spannend. Oh, gut ist aber. Das heißt, wir sind so fähig. Wie lange nicht erlässt die anderen. Ehrlich? Jetzt für uns selber. Das ist nicht voll. So. Glaubst du, dass Matz noch keine Hüge auf der Eigenschaften sind? Nee. Was hast du gesagt? Ich glaubst du das nicht sagen. Gar nicht? Oh, nein! Scheiße. Kommst du eigentlich auf Geld, wenn man die Anzeige auf YouTube überspringt, die nach... die nach der Werbung kommt? Anzeige, die nach der Werbung kommt? Was kommt denn da für eine Anzeige nach der Werbung? Also manchmal gibt's zweimal Werbung jetzt der Zeit auf YouTube. Aber generell, wenn da irgendwas kommt und überspringt das, dann krieg ich kein Geld. Da wo man draufklicken soll. Ach so! Ja, dann ja. Dann bekomm ich Geld. Dann bekomm ich Geld. Dann bekomm ich Geld. Du kannst doch die denn nicht mehr überspringen. Wenn der Clip gelaufen ist und danach kommt dieses weiße Bild mit der Werbeanzeige quasi. Du kannst doch nur draufklicken und sagen, ja, du willst das Produkt kommen. Also auf jeden Fall musst du 30 Sekunden warten und dann kannst du alles überspringen, was du willst. Und wenn der zweite Clip kommt, dann auch 30 Sekunden überspringen. Am besten den ersten gucken und den zweiten nach 30 Sekunden überspringen lassen. Ich verstehe keine Zeit mehr. Ja, aber dann müsste ich... Ab 30 Sekunden werde ich bezahlt. Aber ganz ehrlich, ich geb euch jetzt hier als Twitch-Zuschauer mal so'n kleinen Wink. Mann, hör doch nur auf, Junge! Oh, er läuft der schöne Leben, sucht euch das an! Ähm... Alle Abonnenten, ja, überspringt die Werbung. Ich weiß, es nervt. Aber wenn ihr mich eh abonniert habt und ich dann dadurch von euch Geld bekomme, dann überspringt einfach die verfickte Werbung. Das macht dann den Kurar nicht mehr fit. Barth-Avids-Legend. Wo ist sie die? Alles klar, was macht sich denn Ed-Blocker kaputt? Ja, die schämen. Die schämen und an die Wand stehen. Es gibt noch drei timeouts, aber wenig 4 Reisungen um ihn an zu nutzen. In diesem Punkt hat sich das Einen drin. Er hat eine gute Start-Field-Position. Als sie kommen hier... Ich hab noch mal viele Glücke gehabt, wo er sich auffuhr... Ich hab noch viel Glück gehabt, wo er ist, ey. Also jetzt kommt noch ein Größt mit in zwei Jahren. Was ist das jetzt wirklich? Das ist schon mal der Spielzug ein, oder? Wer hat das? Ich habe auch einen kleinen Cheater gerade Ah ja! Ich brauch immer noch eine VPN, wer kennt eine gute? Ich habe eine von NordVPN, wo ja gerade alle YouTuber Werbung vermachen, nur ich nicht für. Aber ich habe die eigentlich mal sücht. Aber ich habe die eigentlich mehr, damit ich Netflix auf österreichische Spur bin. Wo komischerweise viel mehr ist als bei uns in Deutschland. Warum muss man jetzt zusammengehen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das ist ja nicht. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe das gar nicht gesehen. Oh ja, die andere Hand, die wäre besser geworden gewesen. Das ist ja nicht von einfach. Er kriegt aus die ID-Cots. Ich mache das. Ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe das nicht gemacht. Ja, das soll ich mit 1040 zu trinken. Kann ich doch, ohne Probleme. Kein Wunder, das war eiskalt kalkuliert, war das. Ich würde sagen, wer das letzte Quater gewinnt, hat die Wunder gewonnen. Aha, da trauen wir uns. So, da brauche ich die Hunde hin. Kannst du wissen. Wenn mir mein Coach gesagt hat, das bringt was. Ja, das ist gut. Ja, mit so einem Ball der Plütschstümeik, ne? Das ist schon ein Blatt, ne? Ja, ja. Mit... So was darfst du hier sagen? Ich weiß es nicht. Oh! Oh, gut. Vertraue. Man sieht von vierten Quater der letzte Nacht. Ah, der letzte einfach hier. Oh, keine Chance geben. Du kann ja eigentlich schon was. So was eine kleine Chance ist. Diese... Oh! Okay, schon so was in demjenigen, wenn mir mal ein Klasse ist, was du ja für eine Scheiße nimmst. Das ist kein was über die Nische. Oh! Never! Oh! Oh! Ah! Das ist doch mal ein Kreis, oder? So, jetzt mal ein... Jetzt passen wir das jetzt... Jetzt passen wir das jetzt. Jetzt kann der Kackeschicht mal ausgucken. Jetzt kommt der Bzegino. Jetzt kommt der Bzegino. Oh, scheiße. Also es gibt immer so Sachen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die passieren können, aber ich entscheide nicht immer für die Allerschleckste. Du hättest auch einmal jetzt... Hätte nicht geklappt, das ist alles ja gut. Aber ne, wenn scheiße, dann muss er richtig schön dampfen. Dann muss sie richtig schön noch Stücke haben. Und dann muss er auf die Offense wieder gehen. Und das Spiel ist komfortabel in Hand. Das Spiel spricht für etwas. Aber du hast noch deinen startenden Körterbein. Wenn du in die Backup mit der Scheiße... Was denn? Das ist doch so cool. Ah! Ey, das war eine Frage, ja? Wir sind schon, ne? Was ist denn los? Ich hab mich ja voll in den Weg gestellt. Du konntest ja gar nicht mehr vorbeidegen. Tja, tja, tja. Aber das Spiel ist nie gelaufen. Aber das Spiel ist nie gelaufen. Oh, was muss einer noch sagen? Eine Sekunde... Schau hier noch. Speziell ist auch ein 27-Johannes. Oh, du machst immer noch Scheiße, obwohl es die letzte Sekunde ist. Dann muss man auch mal sagen... Da kann man es auch mal langsam machen. Das ist ja... Du kannst doch stehen bleiben. Alle Punkte sind nicht egal. Es ist ja einzuspielen. Das ist sowas wieder. So. Ich hau vor mir ein Fass. Vorher kein Problem. In dieser bestehende Spiel oder so. Ich hab ein Touchdown gemacht. Ich hab mehrere Field Goals geschossen. Aber man muss sagen, das war ein Überhaus-Hagen geleistet. Von dir oder von mir? Von mir natürlich. Du hast halt dein Ding gemacht, wie man das halt macht, wenn man das ja oder dann spielt. Aber dagegen anzusehen, das ist der wahre... Das ist hell. Das ist der Held des Tages. Guck mal hier. 7 zu 0. 7 zu 0 ist es gewesen. Den ganzen rechts schneide ich raus. Das hier schneide ich alles weg. 7 zu 0 war es gewesen. War gut. Kaum nicht. Hab ich gut gemacht? Ich hab doch nichts trinken oder was? Du weißt ja wo der Kühlschrank ist. Ich weiß wo der Kühlschrank ist. Ich weiß wo der Kühlschrank ist. Ja. Ist doch nichts drin da. Das stimmt. Wir waren am Wochenende weg. Bei der Luttenfamilie. Von Marvoll. Und wir kommen wieder und ich geh in die Küche. Und was ist offen? Der Kühlschrank. Ich war nicht dran. Ah ja. Der Kühlschrank war offen. Welche Person war denn zuletzt am Kühlschrank? Wir überlegen mal kurz. Ich war's nicht. Naja. Aber man liebt sie ja. Ist ja okay. Man schlägt sie nicht zusammen. Schreit sie ein. Schlägt mit dem Baseballschläger drauf. Macht man nicht. Weil man sie liebt. Ähm. Du kannst mir mal was erklären. Bin ich sowieso wieder in den Franchise Mode spiele. Oh Gott. Ich versuch's dir zu erklären. Was ist denn? Naja. Also eigentlich. Ich mache im Franchise Modus. Mann ey. Fick dich mit deinem Scheiß. Achso. Warte mal. Wir sollten erst das hier die Scheiß Musik ausmachen. Weil die ja immer irgendwie vertügelt ist. Was hätte ich das? Ich hab' nicht gesagt. Ich hab' nicht gesagt. Wir sind zum Kühlschrank. Ich bleib' scheiß Musik. Bleib' scheiß Musik. Gäibel. Oh, ich würd's noch kleinere Schritte machen. Ey! Ich muss ja nur das hier runter machen, ne? Sag mal, wer hat denn sich das ausgedacht? Ich nimm. Nimm mich. Ich dachte, das hier noch geht, aber wenn du eins wieder oben stehst. Das ist ja nicht. Gut. Viel besser! Computer scale. Ach, scheiße, ich kann hier auch alles einstellen. Kann man hier auch Blut einstellen? Die gleiche Teams, besser wär's. Kannst du noch mal spielen oder was? Was? Nee. Na, warte mal. So, hast du mir das erklärt? Ich will nur für mich schon mal einstellen. So, pass auf. Oh, let me! Oh, ich würd's vor allem, coole Sache auf jeden Fall. Ähm, ja. Kann man das nicht ausmachen? So, pass auf, ich spiel hier im Franchise Modus, ne? Case of Franchise, was ist denn das wieder für ne Scheiße? Ich weiß nicht, also das muss ich mir nochmal durch, das muss ich mir nochmal angucken, alles. Ach so, da kannst du, äh, da spielst du, äh, 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 äh... Nur einen Typ, oder? Ja, da, äh, vom College, da kannst du, äh, stotst du im College und dann wirst du getrefft in den NFL und sowas. Also quasi der, äh, irgendwie. So. Schnauze jetzt hier. Also. Neuer Modus. Real Life Roster. E.O. Dann sicher. Was denn jetzt? Ach, ich mach mal schon. Okay. Ja. Möchtet ihr alle machen? Geht nicht. Hä, was ist das für ein Piss? Ne, jetzt. Hätte auch nicht liegen, die schon... Ja, Franchise gibt's ja gar nicht. Ne, hast du nicht. Hä? Use Custom Moster. Ist es online? Bist du mit der Xbox online angeschlossen? Eigentlich ja, aber ich hab keinen Links. Ich hab auch keinen Live. Kein Xbox Live. Naja, den geht's glaub ich nicht. Wah! Und so muss ich mir eins zusammenbauen, oder was? Ne, du könntest in den Franchise-Modus nicht spielen, oder was? Hä, verarsch mich doch nicht. Hä, das ist doch sowieso offline. Der Modus ist doch eh offline. Geh mal rein, wenn du den Custom Moster nimmst. Ist doch offline. Aber es ist doch... Oder vielleicht links da rein. Aha! Gut. So, wir nehmen natürlich die B in uns, ne? Das glaubt. Die B in uns. Ja, wir machen das in die Tasche. Da wird die Liga. Was ist das eigentlich? Start your week by installing your Gameplan. Überall, in jeder Ecke ist nur... Ahja. 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 So, was ist das jetzt hier für eine Scheiße? Da hat mir auch so eine Alte geschrieben. Das wollen wir uns natürlich entgehen lassen, ne? Ist klar. Was muss ich jetzt hier alles... Eigentlich, ich hab den Modus halt gespielt im Spiel halt immer nur die Spiele. Also immer nur die... Die Spiele halt. Ja. Ja. Kann ich da auch noch andere Sachen machen? Oder... Ist das... Was besonderes? Sollte ich darauf achten, dass ich da noch andere Sachen mache? Oder kann ich auch einfach feuerfrei scheiß drauf spielen machen? Weil ich halt immer nur die... Das kannst du gerne machen. Und du kannst ja auch die ganzen Trainings... Ja, die Trainings-Sessions hab ich halt auch alle simuliert. Ich hab das alles simuliert und hab nur die ganze Zeit hier die Spiele gespielt. Und was hier mein Team macht, ist mir scheißegal. Ja, sonst kannst du nur Spieler cutten oder Free Agents... Kann ich Leuten das Gehalt kopfen. Das ist doch was wichtig, ja. Leute schlecht spielen... Ich glaube das geht, aber... Ob die das dann aktivieren, ist das Nächste. Ich glaube, wenn das in dem Spiel so wäre, dass du neben dem Gehalt kotzen würdest, glaube ich, dass das Resultat daraus ist, dass der Spieler im nächsten Spiel schlechter spielt, weil er natürlich nicht mehr so motiviert ist. So wäre das ja... Aber es geht auch bis zu einer gewissen Grenze. Ja, weil der halt sauer ist und deswegen... Aber eigentlich ist es genau falsch rum. Denn die Real-Life-Motivation wäre anders. Der würde natürlich daran arbeiten, dass er das nächste Mal wieder das Bessere herkriegt. So... Ähm... Ja, gut. Das wöchentliche Training mach ich dann eh nicht. Und dann spiele ich nur. Also es ist schon okay, kann ich das so machen. Oder verpasse ich hier irgendwas richtig krasses, wenn ich erst nur spiele? Eigentlich nicht, ne. Eigentlich nicht. Gut. Was halt auch blöd ist, dass wieder dieses Crossplay nicht geht. Ja, das find ich auch ein bisschen schade. Dass du nicht mit dem Playzie-Jungs zocken kannst oder was? Aber du wirst doch sowieso nur von irgendwelchen Amis weggeklatscht. Ist doch scheißegal, welche Konsole die haben. Ja, aber... Man hat ja noch ein paar... Sag ich mal... Ein paar mehr Leute, die man kennt, die... Zum Beispiel aus dem Football-Team, die halt... Die haben alle auf Playstation zu spät. Spielen, ja? Ja, das ist ja deren Problem wohl nicht. Die haben doch die schlechte Probleme. Ja... Darüber lässt sich auch streiten wieder, ne. Was besser und was... Er läuft. Was ist denn besser, Playstation oder Xbox? Naja, das weiß jeder, dass es die Xbox ist. Jeder weiß das. Ich weiß. Deswegen hab ich auch einen. Genau. Besser ist das. Ähm... Deswegen stehen ja auch meine Dinger übereinander. Weil ich mich da einfach entscheiden kann. So... Spielen wir jetzt noch eins zusammen, oder was? Willst du jetzt noch eins spielen? Ich spiele jetzt noch eins. Ob du jetzt mitmachst oder nicht. Mir ist das egal. Du kannst auch mal online spielen. Ja, ich kann ja nicht. Online spielen, weil ich ja kein Xbox 2 war. Ah ja, schon darfst du ja. Dann geht's schon los. Aber warte mal, ich zeig... Ähm... Hast du das mit die Quiz hier? Ähm... Mit dem Game Pass? Der ist eigentlich gar nicht so scheiße. Ich hab den jetzt in den Game Pass. Wo hast du jetzt den Game Pass geholt? Ja. Und der ist eigentlich echt cool. Okay. Also die Spiele, die da drin sind, da geht schon einiges. Also gerade wenn man mal hier... Du meinst den NFL Game Pass oder was? Ne, den Xbox Game Pass. Achso. Für 1 Euro? Für 1 Euro kannst du... Ja, zeig mal. Ich hab mir das auch überlegt, aber... Weil... Ansonsten kaufst du ja sowieso nicht so oft Spiele. Aber du hast ja eigentlich... Kaufst du nur einen Monat 1 Euro, ja? Und danach kostest du... Danach kostest du, glaub ich, 10 Euro. Schweine, ja? Schweine, man ja. Aber 10 Euro geht auch immer noch fit. Ähm... Was bezahlt man denn noch alles? 10 Euro Netflix, das, 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 die, das... Das ist der Trick heutzutage. So soll's laufen. Aber wenn du hier Wolfenstein schon mal spielen willst, dann ist es schon mal gut dabei. Gears of War kannst du spielen. Fallout. Kommt auch neues, ja? Gears of War. Ja. Minecraft, da bist du ja richtig für. Mhm. Forza. Kann das denn spielen. Ark soll irgendwie auch cool sein. Das ist lustig. Die meisten spielen auch eh alle Fortnite. Die meisten... Die ganzen Kinder spielen alle Fortnite. Halo kannst du spielen. Just Cause. Eigentlich gibt's hier noch mehr, aber ich weiß nicht warum das hier nicht angezeigt wird. Oder ist meine Probe-Mitgliedschaft ausgelaufen und ich müsste jetzt die erste neue machen. Ich weiß nicht. Gears nicht Captain Luke. Ah ja. Wie kann man den vergessen? Hier Wurms, ganze Spielen. Die haben da schon eine ganze Menge Sachen drin. Aber ich weiß nicht wie viel du zockst. Ich weiß nicht wie viel du zockst, ne? Das ist halt eher weniger, also... Wer wichsen lassen? Wer wichsen lassen? Das? 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 Das ist das Spiel? Das? Keine Ahnung was das ist. Ach hier habe ich schon Daumen. Oder was da? Ich spiele es jetzt auch. Wir sehen nicht mehr. Oder so ist. Freie Bergabfahrt. Ich weiß nicht. Wenn du mit nem Paraphone möchtest. Wenn du so schön nicht vor die Tür gehst und mal mit dem Paraphone fährst, dann kannst du zumindest den Aufbau extra zu dem Paraphone... Naja. Oder so, ne? Dieses Wochenende Inception gekauft haben wir mehr und mehr komplett gefickt. Nox, hast du noch nie Inception geguckt? Alter! Gut, dann ist man natürlich ein bisschen ruhig. So, pass auf. Ich spiele jetzt... So. Spielen wir jetzt zusammen? Na dann los, aber dann nehme ich eine andere Mannschaft. Spielen wir zusammen, na dann los, aber dann nehme ich eine andere Mannschaft. Was soll das denn werden, wenn wir jetzt zusammenspielen? Kann man das machen? Achso, ich muss drücken. Okay, dann nehmen wir die Delfine. Immer andere Gegner. Passt. Toll ja. Das wird alles zusammenspielen, das wird auch gar nichts. Halt die Fresse, mach es jetzt einfach. Du musst schon sehen, was das wird. Mit dir hat gar nichts. Das wird einfach wärmer wird das jetzt. Willst du sechs Minuten oder willst du kürzer? Mach mal vier oder so. Oh, hast du Hunger, Ricardo? Hast du Hunger? Was hast du heute alles gegessen? Zapp. Zapp. Ah ja. So kommt's raus. Was hast du heute gegessen? Ich hab... Ja, ganz klar. Von meinem Chinesen hat mir hinten mit Reis geholt. Oh. Aber die gibt's auch nichts anderes hier. Hier gibt's auch nichts. Bei den Zast-Rewe oder was? Zast? Also hier bei dem Chinesen beim Rewe oder wo? Zast-Rewe. Übrigens. Zast sieht ja übelst krass aus. Ey, die haben da noch mehr Zelte hingesetzt. Ich hab da den Tag und Foto von gesehen. Also das letzte Mal als ich da oben war. Ist jetzt schon zwei Jahre her. Aber... Da... Also... So viele Zelte standen da vorher nicht. Hä? Ist schon krank. Aber ich find die Post-Its immer lustig von der Feuerwehr. Wo er jeden Tag vorne steht, dass sie da Gast war. Und dann die ganzen Kommentare haben geklärt. Ich weiß. Krieg ich Lust. Und sich da sowieso aufregen kann, ne? Ja. Vor allem die Leute, die in der Feuerwehr sind. Ja, ja. Ich hab meinen Fahrrad noch. Das letzte Mal im Keller war, aber aus dem Kappen. Ist schon krank. Ach, so eine Fahrrad. Und jetzt sind wir ja auch schon. Und dann sind wir ja auch schon. Das ist schon krank. Was ist denn der Fahrrad? Mehr nicht oder was? Also nach Haust-Tour. Wo soll ich denn? Sind sie? Was denn? Ich glaub es wohl. Eine Haust-Tour. Ich hab ja nicht. Ich bin im T-Gym. Wenn du deine Haust-Tour warst, dann bin ich im T-Gym. Ich bin hier. Ich hab das Ding in der Serie gesehen, du trainierst nämlich auch nicht. Ich hab mich auch noch irgendwas zu tun. Doch, ich hab nämlich das Ding gesehen. Das Ding geht immer... Der geht nämlich auch nicht und du gehst auch nicht. Ja, der geht immer nur... Vor dem Dachs, nee, nach dem Dachs zu trainieren. Ich geh mal abends. Achso, ich muss ja hier auch irgendwas machen, ja? Achso, ich bin nicht gut. Ahja. Wann gehst du mal? Abends. Abends? Weil es immer da ist. Stuh. Wir, wir überlegen uns jetzt was wir hier machen. Ich sage an, wir machen jetzt hier erstmal einen schönen Pass. Schön nach vorne rüberziehen. Guck mal, der geht's hier. Ich nehm den jetzt. Lukas, der... Wo muss ich jetzt nochmal? Achso, ich kann ja auch... Ich schlau den Punkt raus. Oh, X. Oh, Martin. Der steht doch nur! Wieso X? Warst du nicht X? Du warst eigentlich... Ich war X? Nee, du warst doch... Nein, ich war X. Ich war X. Ja, du warst doch... Ja, du hast doch nicht X. Das ist alles so eine Sch***. Du warst nicht X. Nein, ich bin nicht X. So. Pass auf. Keine Runde. Keine Runde. Keine Runde. Keine Runde. Ja, komm, hier den Oberen. So, mach mal auch... Egal. So, mach mal auch... Egal. So, mach mal meinen Kopf. Oh, wewe. Du musst auf den B gehen. Nein, wüsse ich nicht. Aber ich mach's einfach mal. Mach mal. Du bist jetzt hier mein Coach. So, jetzt. Die Schuhe wird stärken. Keine Runde. Keine Runde. Kein Problem. Kein Problem. Wir können lange Fesse spielen. Keine schönen lange Fesse. Ja, wie machen wir das? Ich weiß nicht. Wir haben uns rausgehen und wir haben das auch hier. Ach, nicht wahr. Ja. Ja. Einen schönerisch. Oh Gott. Jetzt kann man drinnen gehen mit ich weiß wo der Fahrschicht. Das steht an Jim wahrscheinlich nicht. Ich pass die Scheiße. Sie sind in den vierten Mann. Der Link im Land ist. Was? Was hast du denn? Woah! Das war ja immer so ein Fake. 24 Monate Reserven. Nach neun Tagen fest sind wir wieder zuhause. Das ist doch Schwierung pur aber geil. Ähm. Arsch du gefickt? Das ist doch die Hauptsache erstmal. Chandelier hat ein 16 Monate Reserven aus. Danke dir. Ja. Hardy, Arsch du gefickt? Hast du für mich gefickt? Felix Lotter, wir kommen zu. Wieso ist das ich eigentlich? Ja. 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 Das ist doch auch immer so zwei. Ich hatte hier noch zwei hier. Aber eigentlich bist du Player 1. Hör auf zu. Ja. Das war das in der ersten. Sehr gut. Das war echt in der ersten Zeit. Ja. Das war echt nicht. Wirklich mitschulass. Aber fällst du ein Dings fickt man auf jeden eine Sammel, seinen Kopf und sein Körper ab? Ui, das mag auch richtig sein, ne? Das ist ein bisschen effizient. Ne, geht auch nicht. Legen genau so eine Wacht. Och ne, ja. Muss man mal ein bisschen Bock auf... ...backen, keine Ahnung. Muss man mal Lust haben auf nicht nur schön und so. Wie geil lässt sich das eigentlich? Ne, das geht nicht. Aber das sind doch 2.000. Also... Oh, ne, was für Dojo. Ich muss mir so eine Dekon, eine Dojo für... ...eine Dojo für 3.000 Menschen. Muss man mal... Vollstrahl mal durch. Ne, das ist doch das. Das ist doch das. Das ist doch das. Das ist doch das. Die wollen unbedingt, dass wir jetzt sind. Das sind die Reise. Das ist echt. Oh, das ist richtig. Das ist richtig. Ich hab's. Ja. Ja, das ist richtig. Ja. Und dann... Ja, das ist ja so ein Wack am Ding oder was. Ist nicht jetzt zwei Wacken? Die Wacken waren schon. So. Ja, das ist ja so ein Wacken. Das ist ja so ein Wacken. Der Wacken war schon. So. Aber es ist ja so ein Wacken, das ist ja so ein Wacken. Kann man sehen. Kann man mal als Single hin, oder... Muss man als Single hin und dann muss man nur Fickern. Das ist ja ganz weit weg. Ich bin doch nicht vergesiebt, das ist doch nur zum Frieden, oder? Ich bin nur noch ein Pisschen, oder? Wie ist das? Wer ist dein Lieblingswrestler? Aktuell... Pete Dunne! Findest du Pete Dunne? Nein, kenn ich nicht. Soll ich dir mal was Lustiges... Soll ich dir mal ein Bild von Pete Dunne zeigen? Dann sag ich dir, wenn wir ihn ernst nehmen, und Lars nicht tut. Lars? Nein, Lars gibt es einen Rappen. Kannst du den 3. Lars? Nein. Okay, zeig mir mal. Warte, bin ich nicht tot. Oh! Oh! Ronald Reigns mit Wallens? Und das war Ronald Verletztes. Was? Ist das denn jetzt für eine Möbel? Irgendwo. Wo kommt der Scheiß denn her? Wallens Verletzt? Das wäre ja das Ende für Reigns. Wenn er jetzt wieder so hoch verschwimmt. Oh! 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 Weil dann hüpft er noch so. Kiescher won den Vikings-Job. Warum bin ich wieder der Brüse? Ich bin wenigstens reingekommen. Ich weiß nicht, du hast mischen. Oh shit. Oh shit. Was war das Scheiße? Nee, ich wollte es nur noch sagen. Müsstest du überlegst, wie war das eigentlich so scheiße? Ich weiß nicht. Du hast ihn da jetzt eingestellt. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wurde es auch mal der sein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bist du bereit? Ja, bist du bereit? Ja, bist du bereit? Ja, Bist du bereit? Ja, RB! Mach mal jetzt richtig ein. Schlepp los. Mach mal das Friesen, Nase. Lein. Ja, ob es ist bereit. RB! RB, wird los! Schlepp los. Das ist der YouTuber irgendwie im Backday. Dann kannst du ja mal einen kostenlosen Prime Cup für deinen besten YouTuber raus. Ja, dann können wir mal. Guck dir, wie das ist. Was gibt es doch noch? 5 Euro mit rein. Oh, wir haben einen Touchdown. Gleich mal einen guten Touchdown. Ja, ich bekomme da 2.50 für und die müssen nichts dafür zahlen. Voll geil. Aber kommt ein Kanäle, wie kurz gesagt, nicht ganz rein. Wovit? Das ist ja so komplett in der Könnte. Ja, könntest du auch mal machen, du Penner. Jeden Monat würde ich dafür ja 2.50 kriegen, aber du Penner machst ja, aber du unterstützt aber mal nicht deinen Freund, weißt du? Deinen festen Freund. Da kommt nichts drin. So. Ich kann... Ich muss sie mal mit dem anderen Stuhl spielen. Sch. 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 Ja, Reigns attackiert. Ich hoffe, Buddy Murphy. Ich würde sie bringen. Ich werde sie μαchtieren. Ich freue mich jetzt zurück, okay? Ist ja, man muss. Ne, der kleine Pier. Hier haben wir... Du hast... Beilkommen, ja? Hein, das ist lustig ja? Ja. Ich habe ja rus nochmal gewonnen. Ne... Du bist hier ja 40, oder so. Der Typ mit der Kamera sieht aus, das ist ein Rücken. Der Rücken. So ein Charakter ist der Rücken jetzt. Oh! Schnappen wir! Jericho war es, aber das geht natürlich auch. Ne, es war 10. Ne, eigentlich war es Goldrock, der war nämlich in dem Raum... Was ist denn jetzt? Autoflip? Ne, Goldrock war in dem Raum und hat zur Vorbereitung wieder mal sein Kopf eine Wand geklatscht, dass er noch eine Platzmitte hatte und deswegen hat es so gewackelt, dass das Ding auf der anderen Seite ungekippt ist. Das ist endlich. Was hast du, wenn du nur den Gästen nehmen, Jungs? Nix? Nur den Gästen? Ja. Das ist aber auch scheiße. Wann hast du mir gar nichts mitgebracht eigentlich? Das ist doch mal irgendwie. Ich war ja erstmal... Ich hab's vergessen eigentlich zum Mittag. Naja, hätte ich mal vorbeikommen können. Ich hatte hier und... Ich bin schon vor. Naja, ich bin hier! Du kannst ihm dann auf den Michael und... Bei dir ist es auch wie schon zuhause. Das Fitnessstudio. Zuhause. Ich sehe da jetzt keine Kritik dran, aber ja. Jun, nee, warte an. Eat, Jun, sleep, repeat. Jun, das ist nicht. Aber du siehst dich. Der ist in der Kirche irgendwie. Konzipiert. Hm. Jetzt geht's. Geiß. Was ist denn hier denn jetzt gemischt? Was ist denn hier? Es ist drei Leute in der Eurtonie. Ich habe das Kultus. Das ist ein Kultus, das ist ein Kultus. Guck mal. 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 Hast du das NHL 20 Beta gespielt? Nein, ich habe nicht. Obwohl ich eigentlich Bock hätte. Ich mag generell diese ganzen Fortspiele. Auch das Basketballspielen. Ja, in NBA sind die alle geil. Aber da musste ich halt auch ein bisschen mit beschäftigen. Ich hatte das ja letztes Jahr, ich habe NBA gespielt. ja, 19. Ja, 19. Und war... Ja, 19. Ja, 19. Und ich war... ...schried. Und ich war... Im ersten Live-Stream war ich so lange, hm? Im zweiten Live-Stream habe ich die 100 zu 20 weggeblatzt. Also ich war richtig krass. Ich hab auf einmal richtig kapiert, wie das Spiel funktioniert. Ich war immer gut. Und dann hab ich so ein paar Monate jetzt gar nicht mehr gespielt. Und dann hab ich das wieder reingelegt und ich hab nichts auf dir reingelegt. Also du musst das halt wirklich alles schon viel spielen, wenn es so was ist. Der ganze Spiel passt heute auf jeden Fall, oder? Madden, 70 Euro, irgendwie. 52 Euro, warum auch immer. Ja, ich hab jetzt angefangen, dass ich die Publisher anscheide und sage, ey, hier, ich würd gern mehr spielen, wenn wir was zu tun. Ja. Aber die meisten... Ich weiß nicht, ob... Aber so Tauschspiele hab ich da schon. Also von Dukay krieg ich halt die. Ja, das ist halt schlau, ja. Von Square Enix bekomm ich den. Wir machen halt so Dragon-Wall-Spieler und so weiter. Ja. Das ist halt schon geil, wenn man das halt hat. Aber... Das ist halt das Problem mit E.A. zum Beispiel. E.A. brauchst du nicht anfangen. Das sind's. Ich weiß nicht. 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 Aber das sind's. Ich weiß nicht. Aber das Löffelstück hat er in der Gegensatz. Tänst du nicht? Nicht? Tänst du nicht? Ich bin hier auf der Gegend, oder? Boah. Schöne. Na, braucht man Jungen. Ach, scheiße. Siehst du? Dein Paket habe ich vergessen. Ach, fuck. Ich müsste irgendwas machen heute noch, aber... Für mich soll jetzt auch immer noch holen, aber dann müsste ich halt ein Ballons holen. Aber kein Paket, Martin. Ich hab irgendwie so was für dich. Ach, scheiße, jetzt kommt's. Nee, das brauch ich nicht mehr. Du hast es für mich aber jetzt eigentlich auch gemacht. Doch. Ich hab nur noch hier von... Gibt's den Bob noch, äh... zusammen? Ja. Hab ich doch hier sind auch mit dran, und so was er ist. Das finde ich alles dran, den Prüsen-Maran-Konstell immer ist. Dieses, dieses Anhegelegte, äh... Ja, aber das ist gut halt. Man muss ein paar andere Sachen machen. Dann nur, oah... Wieso Dach haben wir die Sachen? Nee, ich weiß nicht. Oh, Mann. Ähm... Wir müssen die einfach nur rein, oder? Achso, die sind verloset. Die sind verloset irgendwo. Okay. Deswegen steht der ganze, äh... Uldio, mach schon sterben! Ähm... Deswegen ist der ganze Flur mit Paketen vor. Okay. Deswegen war ich noch mal hier bei der Post und sowas. Okay, dann sind die Kühlpacks schon wieder aufgetaut. Oh! Da sind Kühlpacks drin, das hätte ich mal wissen sollen. Okay, dann, ja, dann... Ach, hol ich das denn? Weiß nicht. Aber du hast doch wahrscheinlich Kühlpacks unter irgendwelche Energydrinks zu kühlen, oder nicht? Oh, da ist da Eis drin. Ich bin jetzt die ganze, äh... die ganze Paketsstation ist komplett klitschenhaft. aber gut doch mal, wie Kühlpacks... Ach, gut doch mal... die Luft gibt's, die ist... die Luft gibt's... die Luft gibt's... Das ist um 4 Euro nebenan der Dernmähchen. Ja, zum Kalthalten! Ja, gut, okay... das Spiel ein bisschen leiser machen das fängt ihr nach drei Stunden Livestream ein so ist das ok so Energy und Cabri sind sehr gut DAS kann man immer schicken ist ja unbeförtlich wieso? hat wie so ne... also ich könnte mir nicht mit so ne scheiße hm das Strohhalmer mh 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 ja das sind glaub ich kein... nee glaub kein das ist ja zukunftsworte nicht bemerkt bin jetzt erst am Start erst so großartig wohin ging eigentlich Primesub eigentlich so großartig wenn du jetzt hier schon am Start bist wen betrugst du denn mit mir oder andersrum wen betrugst du mich oh 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 schnig ... ... ... ... ... ... die die auch auf Twitch oder was? Achso nicht. Aber da ist auch Schokolade drin! Oh, die Schokolade, da wirds jetzt gut gehen heute. Die wird sicherlich jetzt ein ganzes Paket sein. Obwohl in der... Na, vielleicht geht's sogar. Diese Paketschatzung ist eigentlich recht gut geschützt. Könnte klappen. So, dann darf man da hin, dann darf man hier hin, dann machen wir uns durcheinander schon. Was hätte ich da am besten gegen... Irgendwas. Ja, oder jetzt den Steak gegen den. Irgendwas. Coach. Wie ist dein Tipp? Ja, mach irgendwas. Oder mach hier. Oh fuck. Mach einen Hittstick. Oder mach. Ja, das wird schon passen. Ist das Game nice, würde es mir auch hören. Ähm, Denver. Also ich finde es gut, aber ich fand auch das letzte gut. Aber ich bin jetzt auch nicht so krass drin, dass ich jetzt sagen kann, hm. So wie du jetzt, dass du sagst, ja, hat sich zu wenig geändert. Es ist doch trotzdem immer noch um das Spiel. Ja, das stimmt doch im Arsch. Ja, ah, ah, ah. Geh ich durch, geh ich doch da, Junge. Was bist du hier? Mensch. Wenn die alle Sönste wohl stehen. Da geh ich alleine. Die haben geile Trikots, die Türkisen. Was ist denn? Wieso? Die haben das. In der Westerse. Schümmel. Ja, Wilson. Ja, er geht. Was ist denn hier? Was ist denn so? Was ist denn hier? Ich höre gerade deine Musiken. Zeige deine Karli, ich habe wieder eine Frage. Wie weit bist du jetzt eigentlich mit den Best-offs? Weil, sind wir jetzt, bist du schon up-to-date eigentlich? Das kam mir alles so bekannt vor. So, welches Team was bekommen? Welches Team glaubst du, dass... Welches Team glaubst du, dass... So wohl... So, so. Glaubst du, dass Soro gewinnen wird? Ja, die Bärse natürlich nicht. Nee, das ist nicht schwer. Das ist wirklich eine schwere Frage. Wie zu beantworten ist. Also, wenn ihr die richtig beantwortet, dann sagt sie mir vor, dann kann ich euch mal wetten. Eigentlich sind die Boden immer recht geil, wenn ihr jetzt schon den Siegertipps... Also, das ist schwer. Ja. Also, ich würde mich natürlich, äh... für die FNF Eagles entscheiden, ja. Das ist ganz klare Sache. Ich muss aber auch sagen, die Bärs waren in der letzten Saison wirklich richtig gut. Die haben in dem letzten Spiel, wo der Mann dreimal, dreimal an diesen Pfosten geballert hat. So dumm kann man natürlich gleichzeitig gar nicht sein. Aber wenn das ein Spiel gewesen wäre, wenn er die dreimal versendet, also reingetroffen hätte, dann hätten die das jetzt anders gewonnen. Naja, ob das... Naja, ob die das gewonnen hätten. Die wären zu gut... Die haben ja an sich echt gut gespielt. Die haben ja nur diese Scheiße gemacht. Also, die hatten da schon recht gute Scheiße gemacht. Ich denk mal, also die Chiefs könnten... Die Kaiser Chiefs. Die Kaiser Chiefs, die könnten... Die könnte es echt schaffen, diese Saison. Also, ich würde sagen, ich seh jetzt mal erzählen auf die Bärs. Das wird schon sein. Das ist wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich... Ja... Aha... Ach... Du siehst wieder... Das Spiel geht dem Ende entgegen, da äh... ist deinem... Konzentration wieder raus. Ja... Patriots sind immer... genau wie... die... 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 Patriots sind wie die... Ah... Aber es muss doch mal irgendwann enden. Ja, denn Patriots sind wie die... Bayern eigentlich. Ja, genau. Immer... nur wenn jemand mir sagt, er ist Bayern-Fan, dann weiß ich ja gar nicht von... Man muss auch sagen, die Patriots schummeln dann schon, also... die schummeln... ... ... Es steht in der Zeit. Sieht nicht. Das ist der Zeit, nur... ... Ach, ... ... ... ... ... Was man, was man auch mal schauen sollte, ist College Football, also das ist bei Weinten durchaus interessanter als, also meine Indies sind besser als hier, als die Pros. Der Axi weiß ich auch, dass die Bayer aufhelfen ist. Das ist aber sein, da ist ja nichts Verwerfliches dran. Wieso kommt mir das mit den Indies nur so bekannt vor, ja genau. Soweit auf dem aktuellen Stand wird, das vom letzten Mal muss ich mal mit dem Kett noch schicken. Okay, weil das ist dann ja gut, wenn wir da mal up to date sind, dann kann man die auch besser einbinden. Weil ich will die auf jeden Fall dann vor MGTV immer mit vorne ausschauen. Ich habe keine Zeit hier, aber was ist denn jetzt los? Oh, Sebastian Kern hat übrigens jetzt eine Mitgliedschaft auf YouTube abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob du da bist, Sebastian. Aber das ist ja, da ist auf jeden Fall. Okay, und Ghost Rider hat acht Monate, deshalb muss das sein. Und so muss das sein. Wichtig ist, dass du das mit der NLB in der NLB in der NLB bist. Ich weiß nicht, dass die NLB in der NLB sind, aber das ist, dass die NLB in der NLB in der NLB sind. Wir müssen immer einfach sagen, dass du das mit der NLB in der NLB-Fraktion öffnest. Oh, das ist jetzt auch ein Kämmerlager. Hätte, hätte gerade. Das ist ja nicht mit E-Stellung, wenn wir das anfangen wollen. Oh, schön. Das ist dein Fehler wieder gut. Jetzt hätte ich dich schrauben müssen. So, Karl, wollen wir abknielen oder wie ist das alles? Na? Was ist das? Ja. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Oh, das ist ja nicht. Die wollen nicht hier drauf sein. Warte? Warte. Ja. Mensch, ich sei jetzt gut hier, aber wo komm ich besser? Du musst ja noch mal empfehlen. Wie das? Wie das? So, Ricardo, wir haben gewonnen. 17 zu 3. Glaubst du das man? Ja. Also ich hab gewonnen, du hast ja nur so einfach zu gewonnen. Aber ich finde das Spiel nicht so cool. Ja, also ich, das ist ganz cool. Aber wie gesagt, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Aber die ganzen Sportspiele sind halt jetzt auf einem Level, wo du halt auch sagen musst, was soll denn da jetzt nicht kommen? Und du sagst, ich hab mehr erwartet, was willst du noch? Also dieses ganze Drumherum halt, ja, also wenn man sich das an der Seitenlinie so anguckt, das sieht immer alles so traurig aus. Guckt ihr doch mal die Spieler da an, naja, guck doch, das hier. Ja, die verlieren ja auch, natürlich sind die traurig. Nein, das meine ich nicht. Die ganzen Details. Weiß nicht, das ist irgendwie... Aber so die ganze Aufmerksamkeit, das ist echt schön. Ja, wenn es die Jungs mit ihren Kameras da, dass alles der gleiche Typ ist, Das ist vielleicht zum Beispiel, dass... Ja, Mensch, das ist halt eine Firma und die hat ein paar gleiche Leute da eingestellt, Mensch. Das muss man nicht so sein. Haben wir mal so acht Länge eingestellt für den gleichen Job. Kameramann. Oder nicht. So. Willst du abhauen oder was? Schmeißt du mich raus? Nö, ich spiele jetzt noch eine Runde. Du spielst noch eine Runde. Also ich werde jetzt auf jeden Fall den Franchise Modus starten. Nochmal. Und ich werde hier den Shoppenlord nochmal Danke sagen für die 4 Monate die ich habe. Viel Glück für eure Wrestling Show, Dankeschön. Herr Rekord, du hättest auch ein Match haben können. Hätte ich, ja. Schreibst du mir Geld per Paper? Kann ich machen, ja. Aber per Freunde senden und schreib rein. Ich verstehe. Privat Geld geliehen oder in Bar geliehen. Oh, okay. Gut, dass ich es jetzt offiziell gesagt habe. Schollender Zio geht's da. Ist nur klar, weil hier ist die Lick, das ist die Schwinde. Na gut, das war gut. Jetzt muss ich was anderes schreiben. Man sollte einen Flitzer rein. Was? Man sollte einen Flitzer reinschicken können. Ja, so einen weiblichen Flitzer vielleicht. Aber ist das da so eine Sache eigentlich nicht, oder? Ein Football? Gab's das auch schon mal? Bei der Flitzer? Also ich meine, der Football? Es gibt ja nun viele, also es gibt viele Sportarten. Und eigentlich ist es ja so, der Flitzer wird umgetacklet. Und ob man jetzt unbedingt bei einem Football spielt, professionelle Tackler, da reinrennen muss. Das Problem ist, da gab es mal einen Fan, aber der Spieler hat sich gleich gekillt auf dem Feld. Ups, sag ich mal. Ja, deswegen sag ich ja, also das ist vielleicht auch nicht die klügste Variante. So, Pre-Season-Game wird gespielt. Ich glaube, wenn man das macht, also wenn man das macht, also in Deutschland gibt es sowas nicht, aber wenn man das macht, dann wird das gleich weggesperrt. Ich weiß nicht, wie das bei dem eigentlich sein ist. Tulisstrafe bekommt man jetzt gleich nicht gleich, aber... Naja. Aber ich glaube, Gefängnis auf jeden Fall, gibt es auf jeden Fall eine Gefängnisstrafe für... Ja, aber bei uns im Wrestling ist ja auch so, wenn du den Ring betrittst, schau ich auch nicht kaputt. Eins mit daher. Bist du selbst schutz, wenn du so einen Scheiß machst? Weibliche Flitzer, aber voll busig. Ja, da würde wieder keiner was sagen, weißt du? Ist ja auch Sexismus eigentlich. Aber das war auch mal lustig. So eine Alte, die über Spielfeld rammelt und Anna wichst die komplett weg. Genau wie bei einem Typen. Und was wäre so dann? Dann würden die Frauenrechner wieder da stehen und sagen, also so was auch wollen wir nicht machen. Bei jedem Mann, der unterwegs wurde in den letzten 200 Jahren, hat niemand immer was gesagt. Aber hier ist das Maß für jeden. Was kostet eigentlich so eine ermäßigte Kaffee? Wieso, bist du behindert? Ja. Ich weiß, dass du nicht. Was heißt denn, ermäßigt nur behindert und Kinder müssen auch voll im Bereich bezahlt werden? Nein, gehen Sie irgendwie auch ein wenig. So. Wenn du noch ein paar Tickets verkaufst, dann kriegst du nur so... Ach, da war ich nicht. Was? Wirklich? Aber falls du noch irgendwie Leute hast, die irgendwie auch Bock haben, weil Lars hat ein bisschen Bock Bock. Ja. So, dann... halt nur aus Spaß, dann halt nicht offiziell als Einsatz für euch, sondern nur das Job. So. So. Kannst du keine wieder fragen, dann macht er wieder übel für Terror. Wissen wir da am Ringen? Ach so, dann darfst du deine Freunde aus? Dann haben wir Frauen, die das bereden. Na ja, das probieren wir mal. Aber... dann müssen wir vom Ringen weghalten, dass wir gar nicht mehr im Ringen springen. So. 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 Jetzt zeig ich dir mal, wie man das Spiel richtig spielt. Das war ja jetzt bisher nur Rumi Fick. Jetzt geht's ja richtig. Ja, zeig mal. Übrigens, äh... Was sagst du denn zur Ex-FM? Weiß nicht, hab ich mich noch gar nicht beschäftigt. Weil... Willst du McMillen? Macht dann deine eigene... Fútball-Liga auf. Ich schaue das aber auch erst. Wie ist das denn? Oh, das ist so eine Aktion. Steht direkt daneben. Gut, gut. XFL. Das ist die, das ist die Ausgabe. Das hier ist auch nicht mehr. Es kann auch noch eine andere Liga-Rolle finden, das jetzt nicht mehr. Na, aber das ist auf jeden Fall das von wenn es was zählt ist. Ja, stopp. Hast du da überhaupt drauf auf noch mehr Fútball? Hilfe! Schwer, das ist schwer zu sagen, ja. Aber eigentlich, die wollen ja direkt nach der Season starten. Und dann kann man ja auch wieder sagen, dann reicht's aber auch für mich. Also... Du musst ja jetzt nicht jeden das ganze Jahr Fútball durchziehen. Eigentlich ist das, dass das nur so ab und zu mal kommt. Also nur ein halbes Jahr. Ist schon gar nicht so schlecht. Marco Jung, heute rausgegangen. Ich glaube schon. Die Frage ist, wie das hier ankommt. Hier ist halt NFL, was so gehypt wird hier, ja. Ja. Aber, äh... Ich finde ja schon drangell. Nichts ausstrollen. Da gibt's ja auch noch... Worauf kein... Der auch mal hier so ne Videos macht, wie du, für Wrestling, ja? Gibt's halt keinen, der so ne Videos macht? Wie NFL, oder? Tommi macht so ein bisschen besser. Ja, aber... Aber nach dem, was man müsste machen, muss man sich anfangen, ne? Ja, der... Der hat ja... Tommi macht... Der arbeitet jetzt bei so nem, äh... Bei so nem Verkaufsding, die auch Caps immer... Und Jerseys und so was haben. Und die machen immer zweimal die Woche einen Livestream, wo die halt so über alle möglichen US-Score-Parten subbern. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, also nicht so wie so Spielzügerin wäre, aber natürlich nicht so schlecht, oder durchzuschalten, oder durchzuschalten. Ja... Dann kommt deine Football League, ja ja, das kommt auch mal rum. Die übernehmen auch alle Sportarten der Welt, wenn wir in der Orchen-Line, im Blittenladen. Erstmal nehmen wir Wrestling Deutschland auseinander, und dann... Dann kommen wir uns nicht. Wrestling kleine, kleine Schritte. Juuu... Jetzt soll doch was abgucken, wenn wir auf den... Ach so. Ich verstehe. Wieso? Wegen gegen Streaming. Ich kann nicht so viel arbeiten, es geht nicht. Kannst du nicht über so ein Ding? Was ist denn? Was ist mit dem Abzug? Ja? Einen Anspruch? Eigentlich was er ganz so... Es ist ganz wischend. Ich weiß, wer das bringt, nicht so... Mann, das ist zu scheißen, Mann. Alles zu scheißen. Schauen sie sich doch mal an. Es wird nichts. Oh, okay. Guck mal, der ist tot. Alles wird hier laufen. Es hat alles geklappt. Es hat alles geklappt. Es hat alles geklappt. Na ja. Was sagen sie dazu? Ich hab nur geguckt, was die Leute da angeschrafen. Das ist wirklich schöne Sachen. Du bist so toll. Du kannst dich noch mal angucken, was hier passiert ist. Und dann. Kommt er an. Und? Was war hier? Ah ja. Oha. Oha. Das war aber. War aber gut vor das hier, muss man sagen. Ich finde, du solltest auch mal gut überspielen, oder? Besser wärs. Ja. 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 und dann muss ich ja, darf ich die noch einmal wiederholen? also es kommt auch an welchem Teilgebiet also wenn man natürlich in allen durchfährt, darfst du es natürlich alle wiederholen aber wenn man jetzt zum Beispiel du bestehst nur mit einer schriftlich nicht, bestehst aber die anderen alle, musst du nur die schriftliche wiederholen oder die mündliche oder praktische mal schauen hm und dann bist du ausgebildet nur Farasi nur Farasi mit Farasi und dann gehts richtig los und dann ist die Kurkohle hast du denn gleich? bist du gleich übernommen? oder? das ist scheißegal oder so? dazu schaffen und dann fahren wir frei nun schaffen und wenn du das jetzt hinter dir hast dann brauchst du doch jetzt, ich sag mal für den Rest seines Lebens wir werden nie wieder in den Kopf machen wegen irgendwas was macht der denn da für eine Scheiße? heute spiel ich auf dem Endefeld, bekomme ich gut jetzt wird das auch mal erklär abhauen nicht nur auf dem Feld der niedrigste Lohn jemanden bekommt im Jahr nein das war scheiße 250.000 Dollar oder so im Jahr hm hm glaub ich ähm und dann musst du ausprobieren aber ja ein bisschen ausprobieren ja ja nella NFA mach mal auf bang auf aber du machst das gut verkaule du machst einen dort so gut als was ist der ja ich weiß wie die Bergziege ja auch ein Decker ach so ja frag mal spiel es eigentlich nicht aber wie viele kleine Bergziege ist der jetzt bei euch? ja ja und doch deine kleinen Bergziege weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht wie viele machen denn da mit in dem Anträgen? du meinst das bei den Herren oder bei den ne du machst doch auch Tränen oder nicht? ja es ist das schwierigste Thema gerade für Zeit entschuldigung musst du nicht jetzt sind fast geöffnet ne das äh du bist dummes Eis na ya na ja wie aber schon hey der pöbelt ihm auch marschbärs so Ricardo jetzt gehts nochmal ernst anders jetzt wirds orientiert rein Was so scheiße? FACE MATZ! Reiche Ohr, alle Strafen der Welt! Das ist schön, ich nehme meinen Arsch raus und tippe es nicht. Besser wäre es! Wenn es etwas bringt, meinen Sie irgendwas. So, die Kraut, wo das jetzt was? Nein, das ist nichts. Ich muss mal ein bisschen verfaulieren. OH! WAH! Der hatte den doch schon in der Hand! Was ist das für eine Pissche? Das ist das. So, aber jetzt. Jetzt! 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 Aber jetzt. Ich sehe es von meinem Geist. Aber jetzt wirklich. Bist du bereit? Weißt du die schon? Ich kann schon. Von dem Gegner nicht tun. Jetzt ist es wirklich leckerlich. Aber was mache ich jetzt? Guck mal, vierter und zwei. Ne? Ja. Ja. Was mache ich jetzt? Das ist mir schon klar. Aber gehe ich jetzt? Also was? Nee. Ich bin eh! Ach. Da ist das schon mal. Ich bin hier schon mal. Ich bin hier schon mal. Ich bin hier schon mal. Scheint immer so ein Völkmal im Spiel zu guckst, dann wird das nix, Aua! Guck dir das an! 1-3, mach du! 1-3! Ja, ist er! 1-3! Ja, ist er! Robinson, Junge! Kennst du dich mal nicht gedacht? Robinson heißt er! Robinson Crusoe, den kennst du an! Ich kenn ihn an! Ups! Ups! So! Schön, oder? 2-7! Naja, also... Endmal richtig in Sport, hallo! Ready! Aber du spielst das doch bestimmt auch bis zum Vergasen, oder? Ich hab das jetzt das erste Mal reingeschmissen. Deswegen erwarte hier noch nichts. Erwarte auch so nichts! Es wird einfach... Also... Es wird nichts! Wir haben jetzt einen Bruder hier und sie stehen mit ihrer Kamera und jetzt. Nein! Wir haben jetzt einen Bruder hier und sie sind mit einem Kamm. Nein! So! So! Jetzt will ich mir gleich noch hinter die Runde sein! So! 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 You're! So! 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 Zwei Sekunden oder so, ne? Wenn ich jetzt hier weiter mache? Machen wir jetzt mit Absicht? Was Absicht? Nein, bei WMG zum Beispiel ist nur sechs Sekunden. Ja, bei der NFL auch. Aber Nittles. Wir werden vielleicht auch seitdem das mit, äh, John Jackson noch passiert ist. Ich glaube, das war nicht so schön, oder? Schöne Zeit. Crimea River! Zeig mal den Kinnis! Wascher Typ, ey. Der könnte ja finden, die was jedes Mal machen. Sie ist mit John Jackson, oder? Ne, immer mit anderen. Einfach jedes Mal mit anderen. Und jedes Mal lange. Justin! Bitte dieses Song nicht! Lass es einfach sein! Und er... Crimea River! Zack! Er ist immer so drin! Mann! Mensch! Oh fuck! Schnell! Kai, guck einmal weg. Guck einmal weg. Wieso? Ne, guck einmal weg. Dert willstou ich doch mal ein bisschen gekn써? N bisc... Hier sind einen covariance gut! Ja, Regen ist ja auch schon so sehr gegründet. Aber Regen ist ja auch schon so sehr gegründet. Du solltest auch immer mit dem Dach im Dach im Dach. Ja, aber ich hab keinen Bock, wenn es regelt und wenn ich zum Auto gehe, um ins Drip zu fahren. Ja. Das sind meine Probleme im Leben. Welche Probleme müsste ich da sein? Du bist einen jeden Tag zuhause und lernt's nicht. Ja klar, lerne ich. Ja, seh ich. Ich kann ja nicht den ganzen Tag lernen. Aha! Klar kann man den ganzen Tag lernen. Doch. Wenn man natürlich mit Mühe regelt, dann muss man das nicht. Wenn du natürlich andauernd bei dir ans Fenster gehst, um am Pokestop dir noch ein Krabbewelle zu organisieren, dann lässt du dich das nicht auch nicht runter. So. Vor deinem Fenster ist ein Pokestop. Und ich weiß, dass du es weißt. Wenn du die ganze Zeit im zweiten bist. Ja. 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 Aber wenn du dich in der Preseason verlierst, du sagst, ist das nicht schlimm oder Ricardo? Oh nein, warum? Er drückt zu hoch. Er ist unter dem Leistungsdruck zum Brocken. Das war super! Natürlich, ich möchte mal ein bisschen. Bei mir sind noch Emotionen dabei, das ist für mich wichtig. Nein, nicht! Guck mal, was das für eine 1-Aktion war. Bei seinem sinnloser Sprung vorne war auch völlig behindert. Hier, guck dir das an, die Scheiße. Zack! Und in hier... Da haben sich noch geholt. Das war doch 1-A. Ich finde, am besten sind die Spieler, die dann richtig ausrasten. Wenn irgendwas nicht klappt. Und die Leute zusammenschneiden. Naja, das nicht, aber... Das war ja der Müll des Jahrtausends. Das schneiden wir raus. Heuja, ey. Das ist jetzt richtig scheiße. Ich wette, das wird wieder nachher Ausschlag geben. Ich fand's gut. Ist das Franchise-Modus? Ja! Aber ist alles noch im Rahmen. Aber gibt's den Arcade-Modus nicht mehr? Weil das ja auch schon wieder Simulation ist. Oh, warum? Ja, da hat mich das auch einstellt. Weil Simulation ist ja eigentlich schwieriger. Aber ich würde mich ja mal wundern. Das ist ja... Das könntest du am... Das Spiel das erste Mal du stattfindest einstellen. Na gut, das kann ich ja auch nicht spielen. Aber wenn ich mich gleich an die Situation gewinne, ist es vielleicht gar nicht so winne, oder? Aber jetzt ist halt genau... So wie ich jetzt gerade spiele, ist es halt das, wie ich in dem letzten Teil immer nicht weiter kann. Für diesen Teil wahrscheinlich auch nicht. Weißt du? Es ist gegen Crawl und Simulation. No Chance. Aber dafür schlage ich mich eigentlich nur zu gut. Ich wollte lieber die Fans abschließen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geht's endlich los. Jets gegen die Giants. Tja. Und du hast noch kein Ende der Game Pass. Weißt du, was ich jetzt habe? Ich hab den UFC Fight Pass. Okay, aber man könnte sich auch den Game Pass teilen, ne? Weißt du nicht? Aber? Ja, aber soll ich mir den Teil nehmen, die denn... Nein, aber das... Nein, das Problem ist, was soll ich mir den mit dir teilen, wenn du den nutzt und ich nicht reingehen willst? Ja, das geht. Ich denke, das geht nicht. Das geht jetzt mittlerweile, glaube ich... Du kannst sogar gleichzeitig reingehen in den Account, du kannst aber nicht die gleichen Spiele gleichzeitig gucken. Und da ich ja wahrscheinlich die ganzen Bärspiele gucken will und du nicht, haben wir nämlich schon wieder das Problem. Wieso? Wenn die Bärs... Ja, wieso, wenn du ein Bärspiel guckst und ich gucke ein anderes Spiel? Ja, das geht. Es geht. Also, es soll gehen. Also, ob das jetzt wirklich... Ja, dann... Ja, hat irgendwer von euch den NFL Game Pass und kann das mal mit drei Freunden austesten? Weil dann hätte ich dann nichts dagegen... Oh! Das ist so eine Animation. Da wurde jetzt wieder... Guck mal, der... Der ist doch jetzt gegen die Latte geknett. Aber der wurde jetzt nicht so animiert, dass er... Der ist doch durch die Latte gelitscht. Ne, der ist ja nie gewesen. Aber... Dann ist halt auch die Frage, was ist nun mit, äh... Wie heißt es hier? Datzen. Weil einige Leute... Er kam auch mit mir, dass ich mich auf C5 Pass geholt habe. Obwohl ich mir für das gleiche Geld auf Datzen holen könnte. Und... Das ist wieder so neulich. Oh, ich glaub da so... Oder Datzen? Entschuldigung. Das ist ein Schwer-Munkion. Ne, ich find das mal lustig, was Datzen ist. Aber das sind die Daten. Ich weiß nicht, wie sie das auf Datzen... Das kommt auf Deutsch, ja? Ja. Aber das gucke ich ja nicht. Ich gucke ja nicht auf Deutsch. Den hätte er doch noch im Fallen nicht noch fangen können. Ähm... Ja, aber... Dann ist halt auch so... Ich kann mir ja theoretisch auf Datzen holen. Dann kann ich da UFC und NFL gucken. Stattdessen habe ich den NFL und den UFC-Fall. Aber du kannst ja noch nicht die Spiele aussuchen. Ja, aber die haben ja irgendwie richtig viele. Alle Spiele werden Deutsch-Komiteer-Grip. Ja gut, aber... Aber die Frage ist ja auch wiederkommen, wenn alle Spiele auf Datzen. Das ist ja halt mir das Problem. Das hat auf Datzen immer nur zwei Spiele von zehn kommen. Und dann willst du auch genau die nicht sehen. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht so richtig, was halt bei Game Pass cool ist. Du kannst dieses Red Zone anschalten, dann zeigen die von jedem... Ja, aber die Spiele sind wahrscheinlich eins. Hm? Ich bin vor so, ich will ein Spiel gucken. Und dann will ich da mitfiebern. Und dann will ich da auch... Will ich da auch schon so... So Euro-Donation so... Oh, dann brauchst du jetzt so... So ein Satellit-Schuss ein? Ja. Ja. Und... Und... Nicht ganz einfach. Aber die Hörten-Schuss. Ja gut, das kannst du auch so machen, mit dem VPN. Das ist gar nicht. Ja. 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 Aber... Ich weiß nicht schon. Aber eigentlich einmal... Ja, was? 120 Euro? Ja. Ja. 160 Euro sind es, glaube ich. Ja. 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 Wenn man sich das Teillegiert, aber... Das kann man ja nicht sagen. Ich führte es trotzdem. Naja, es ist halt... Oh! Geh ran. Alter, es wird wahrscheinlich wieder darauf klauen, wenn man es mit den Jungen wäre. Ja, ist wirklich. Wenn man jetzt mit mehreren Leuten einen Ding zweifeln kann, dann... 5, 8, 2 Euro gehen. Ein und... Ein und... Ein und... Ich drücke die 12 aus dem O raus. Ich geb den nur den Silber und 2. Scheiße. Was spielst du am Mittwoch? Gar nichts. Mittwoch ist kein Livestream. Weil am Samstag und am Sonntag ist WWE 2K19. Oh, scheiße. Ich hab das Video gemacht. Na! Wirf dich scheiße jetzt! Sag mal! Was ist das jetzt für eine Aktion? Wieso? Wieso! WSCHI? WSCHI SHIICE βROMWNNNNNNNN! WSCHI SHIICE βROMWNNNNNNNNN? Aber, wie ist es vorgefallen? Schmue? Schmue? Was sagen Sie dazu? Bist du eigentlich noch in der Halle da? Also, bist du dein... Deine Schmue, deine Bestiasku ist hier heute? Ja. So, ich hab da keine Beine. Ja, kein Platz, deswegen bin ich nur dabei. Na, das meine ich doch. Deswegen, ich hab jetzt den... Ich hab noch zwei, die ich mir angeguckt habe, den ich jetzt noch mal eine Anfrage schickt habe. Einen blanken Bock in der Halle. Irgendwie in der Halle. Ähm... Ja, ein Bock rum. Und eigentlich hätte ich auch Bock irgendwie noch mit, was zu machen bei dem Typen, wo ich jetzt auf MMA mache. Weil der hat einfach mal so eine Kampfsportschule. Da gibt's halt alles. Die machen halt Boxen. Die machen alles mögliche an Sport. Und wenn es auch noch Wrestling geben würde, das wäre ja auch geil. Wird für die geil. So. Weil das... Eigentlich... Mit dem würde ich gerne anders zusammen machen. Aber... Die haben halt schon ja ganz scheiße da. Und nur weil ja... Die hat Wrestling-Ratoren irgendwie immer. Wussten immer alle anbauen oder so. Das ist halt echt scheiße. Und wenn ich bei denen auf dem Grundstück da die Halle dazu baue, ist halt auch irgendwie scheiße. Ähm... Ja, man sich da wirklich mal verkracht oder sowas. Und dann... Ja, toll. Stehst du da? Ich bin auch nicht so weit. Entschuldigung. Und dann... Ich bin auch nicht so weit. Ich bin auch nicht so weit. Weil ich keine Laststücke machen kann. Also weil... Ne... Weil du... Weil du eine Website klostet hast. Deswegen. So, 19 zu 14, das ist doch schlimm. Aber was bringt es mir denn wenn ich Preseason Games gewinne? Gar nichts. Ich würde einfach nur dazu sagen. Was kriegst du denn das überhaupt in den Spiels? Ja, aber kriege ich denn irgendwie Geld oder Erfahrungskügel für mein Team? Wenn ich jetzt alle Spiele der Preseason bin, habe ich denn in der Season einen besseren Kader? Sind ich besser trainiert, weil die krassere Stats haben und sind deswegen halt besser? Tja, das ist eine gute Frage. Aber nein, einfach nicht mehr. Du spielst ja auch nicht mit den Startingsspielern. Du spielst ja in der Preseason meistens immer noch mit den Backup-Spielern. Was ist mein Niveau? Du spielst ja auch im Real-Life sehen, wenn die Preseason losgeht. Wenn die Spieler sammeln XP in der Preseason suchen kannst, die dann upgraden. Ja, dann bringt es mir doch was, wenn ich alle Preseason Spiele gewinne. Ist das eigentlich noch das Schwert von Heroes? Ja, hab ich noch. Das kann ich klingeln. Das ist immer, wenn irgendwo bei mir in der Wohnung es knackt, ist immer mein erster Griff zu diesem Schwert. Jedes Mal, wenn irgendwer meint, oh, ist hier wer? Bestellbar. Sind's hier ein Trippetum? Dann geht bei mir immer wieder kurz ans Schwert und dann wird gerne reinkommen. Da hat nichts läuft. Dann bin ich bereit. Und wir haben ja direkt auch eins. Also so viele können wir denn nicht, äh... Das ist so echt, ich kann jetzt mal ein Arsch rammen. Das ist irgendwie echt, das ist doch so. Wenn's jetzt so eng ist, krieg ich nicht so eng. Ich hab meine Preseason 4 zu 0 beendet. Geht auch schon mal, oder? Hallo, Leute. Ich werd kurz einen guten Abend hier reinwerfen, jung. Amy, grüße dich. Ich hab die 10. Da geht's total. Seid ich hier noch irgendwo? Uuh, nach hinten sind wir so voll die Leute so glücklich! Wieso ist das doch... ist alles gut? Ja, aber nein. Das war wirklich Millimeter vor der Endzone. Guck dir das mal an, Alter. Das war Millimeter vor der Endzone. Ja, aber guck dir das mal an, Alter. Das war Millimeter vor der Endzone. Das war wirklich... das war wirklich... Er hat keinen Pfotzenar mehr zwischen dir passt. So was finde ich schon wieder cool. Weiße, das finde ich geil. Und du findest das Spiel scheiße. Ich finde das Spiel scheiße. Grundsätzlich auch scheiße. Ja, das weißt du. Du hast keinen Freund in deinem Leben drin. Ja. Das war... Das war richtig scheiße. Das muss ich mir auch mal angewöhnen, wenn ich werfe. Und wenn ich nicht in Verlagung bin, dass ich auf einmal noch kurz stehen bleibe. Weil ich werfe meistens aus der Bewegung raus. Und das ist ja auch so für mich... BEHINDERD! YES! Hallo! War schon eine tolle Sache. Der war richtig weit geworfen. Der war geschmissen schon fast. Guck dir das an. ZACK! Ich bin der Rakete aus. Ernst nicht! Oh Gott! Oh Gott! So. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Sie wird schon. Ja, wir müssen uns später bestellen. Ja, aber das kann ich nicht. Glaub ich lieber die... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bist du Bärs-Fan? Ja, aber ich will schon sagen. Ich bin die Juts. Meine Mannschaft. Wenn ich schon meinen Namen tragen, wenn ich... ...kommt, das ist mir zu groß. Ich will Paulina einholen. Tag Domingo! Ach so, echt. Was... Hast du hier überhaupt das für eine Bärs? Ja, natürlich. Wow, ein Kunstbilder oder was? Ja, ne... Wow! Scheiße. Das ist ja langweilig. Das ist ja langweilig. Weißt du was sagen wir nicht? Oder was ich mal nackt? Was ist ein Trikot? Naja, was weiß ich nicht. Oh... Nee, ich kenne ja gar nicht. Oh. Doch, ich kenne die alle. Oh, Daniel! Nein! Nein! Jo Annie schenkt einen Sub an Benny Wrestling Fan. Grüße gehen raus! Einmal Jo Annie, ey. Du kommst hier mal rein und machst einfach nur Mist. Also Positiven Mist. Aber du kannst... Weil du eben die Schrift macht so... Ich wollte dir noch kurz Hallo sagen. So viel zu dir, Tee. Er kann's einfach nicht anders. Er muss zu kommen. Das ist nice. Hier umrein bin ich. Das ist ein Ruder. Umrein. Das offen habe ich jetzt. Umrein. Das ist immer der Stiefen rein quasi. Oh, eine tolle Wurst hier unten! Scheißengel! So, jetzt zeig ich mir Eisbrücke. Das war gut, Rekar. Du kannst schon mal sagen... Wow! Du machst ja hier einen Wunschmal? Ja! Du hast ihn ganz stark. Ich bin ganz stolz auf dich. Ja! Ist so. Ich bin gefummel und mache hier auch eigentlich gute Sachen. So, wir sehen jetzt hier. Pass mal auf. Jetzt können wir eben schnell nur das Hustbauen. Wir haben noch einen Armau kopfido. Wir sind ganz schön. Zauber! Boah! Alter! Wer war verwirkst. Also, wir haben so viel mal. Du kannst sie es mal sehen. Das ist auch schon cool. Ja. Das war uns! Das war 2. Mal ist der Urlaub nur. Das ist Puh! Komm, leck mich doch am Arsch, leck mich doch noch, leck mich doch alles. Ich bin doch alleine, ich bin nicht mehr sitzen. Was ist denn eigentlich mit dem, dass ich den mal geschrieben hatte, im Konzert von Teddy Kettler? Nee, 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 weiß ich nicht. Coldplay? Nein, ähm, Justin Bieber? Nein, nein, nein. Nein, vom Deutschkind. Nee. Du weißt, ne? Du weißt so was. Deutschkind? Sing mal was für den. Ich sing, ich kann nicht sing. Ich sing. Ich sing nicht. Sing jetzt was für den. Nein. Dann sag's halt. Nein, nee, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ist das nicht auch gut? Ja, das ist nicht gut. Ich will noch ein bisschen tanzen. Ist das? Keine Ahnung. Nee, das ist nicht, nee, das ist nicht. Also ich würde ja auch nicht so oft, aber... Aber zum Konzert war ich ja. Ja, warum nicht? Ja. Weil, wie soll ich sowieso eine geile Show machen? Toll. Weißt du, was auch eine geile Show ist? Es gibt noch die Chatterbase. Und dann kommst du jetzt ja mit dem Stuttgart-Konzert. Zum Schlüpfer-Konzert. Kann ich wo hin oder weiß. Da würd ich nicht mal hingehen, wenn ich noch Geld fielen würde. Da würdest du nicht mal hingehen, wenn ich noch Geld fielen würde. Ja, wenn einer kommt und sagt, ey, Million, und du gehst aufs Stuttgart-Konzert, dann sag ich, viel Spaß mit der Million, die du beiden kannst. Ach, warum? Was ist das nicht meins ist? Was ist das denn? Weil ich da aggressiv werde und dann heißt es 400 Tote bei Stuttgart-Konzert. Das einer, ein YouTuber dreht komplett am Zerrein. Das steht hinten in der Zeitung. Bessere KD als in einer IS-Terrorist-Dommensetzung. Können wir nicht machen. Das wäre auch zu verandrücklich, andere Menschen beginnen. Was bringt denn das hier eigentlich? Das sind die auch nicht schön. Ich weiß nicht, wo wir das Gefühl sehen. Was ist das nochmal? Das kommt nochmal an. Aha! So kommt's raus, ihr Schweinebandei. Hier. Ich glaube, das ist irgendwas Neues, dass jetzt einige, einige Leute halt einfach unkrass sind. Ha! Was? Das ist so komisch oder unnormales gemacht. Keine Ahnung wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich fühle mich da eh nicht um. Ich spiele einfach die Spiele und fertig. Guck dir das an, Alter! So. Da geh ich jetzt durch. Da geh ich. Oh fuck. Wie kann ich jetzt mal in Erspielte geholten? Hallo! X-Trix. So, dann kannst du dir da eh... Ach du Scheiße! Da mach ich jetzt lieber so. So geht's auch! Schön! Ja! Da hab ich gedacht, ich kann das spülen nicht. Aber ich weiß schon ganz nicht durch. Aber ich weiß schon ungefähr... Ich hab mir am Anfang gesagt schon 10%. 10% darf ich klingeln. Jetzt rollst du es einfach mal komplett aus dem Bild und die Leute denken, ich bin schon im Reden mit ihm selbst. Ich muss schon werden denken. Welcher Schwierigkeitsgraden? Pro! Und ich natürlich auch bin. Das ist auch cool. Guck mal, 14 zu 26. Das ist einfach das da auf Pro. Pro und Simulationsspiel. Ist das gar nicht so schlecht? Ist das gar nicht so schlecht? Aha! Was hab ich denn da gerade gehört aus deinem Mund? Das ist für dich. Für mich ist das Wahnsinn. Was macht die denn da? Devin ist für Devin. Ben wäre doch schon auf Guter rein. Oh! 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 Ach ja, das war eigentlich ein bisschen an, ja? Ja, das war eigentlich ein bisschen, ja? Zu WrestleMania. Dieses Jahr zu WrestleMania war es schwierig, weil es auch schwierig war. Nächstes Jahr? Nein. Ich freue mich zu WrestleMania. Nein? Also, nur mal nebenbei, ich werde vielleicht wirklich noch mal erfahren, von Run The Nails, weil ich mir überlegt habe, dass man sich ja eigentlich mal so eine Woche in Seth Rollins Wrestling anmelden kann und dann einfach mal eine Woche rüberbauen und dann einfach mal da in der Wrestling-Schule einfach mal eine Woche trainieren und dann kannst du wieder herkommen. Ja. Von mir aus zwei Wochen ist ja scheißegal. Es geht nur darum, dass man halt einfach mal so einen Armadart trainiert. Ja. 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 So was habe ich überlegt. Ich denke, werde ich zwar erstmal mit, äh, Ausbrotanien anfangen? Mal in die Arsenal-Academy gehen oder so? Also für eine Woche? Aber eigentlich ist das ja... ... easy. So, kannst du ja machen, das ist ja jetzt nicht... ...unnotlich. Und wenn ihr dann schön bei Seth Rollins in der Schule mitmacht, ist das ja schon cool. Das heißt, man hat nichts in der Hand, oder? Was ist denn das? Ja, gut. Ich muss dann die Grunde machen, die Leipzig und Crossfit mit denen sie auch geholfen ist. Die habe ich auch eingeschrieben und je nachdem auch den Wrestling mit haben. Aber die haben geplatzt. Das ist definitiv nächstes Jahr morgen. Und dann? Was ist denn der alte? Oder ich dann in der Leipzig in der Green Card? Der beste Leipzig und Crossfit. Das war die Licht. Tja, ich bin da drüben besser als hier. Ich bin da richtig gut. Weil ich würde schon lecker essen. Ich bin da drüben. Ich bin da drüben. Warte ich. Es ist schön. Ich bin da drüben. Da kommt ja nichts mehr bei rum hier oben. Ich bin nur bei 18. Ich bin nur bei 18. Ich bin ja abonnent, aber... Du bist nicht abonnent, du könntest es aber sein. Du hättest mal dein Handy raus, dann haben wir ein Abo raus. Auf die schnelle Weg geht das. Auf die schnelle Weg geht das. Das sag ich auch mal an meine Freundin von mir. Auf die schnelle Weg geht das. Also man hat eigentlich nur da raus. Oh, wir haben das donation goal letzten Mal nicht durchbekommen. Das ist korrekt. Aber... Da wurde ja vorhin gut drinnen gearbeitet. Und naja, sollte das ja nicht mehr so schwierig sein. Was ist das? Die Abo ist irgendwie noch ins Knie. Das soll jetzt wirklich die Scheiße rechnen können. Was ist das? Das ist doch scheiße was du jetzt. Was ist denn das? Ja, jetzt. Das war so. Das hab ich jetzt nicht verstanden, bin ich jetzt wieder. Ach so, der hat war in Puppet. Oh, Arno ist tot. Nicht in meinem Team, also ist mehr dabei. Wir haben keine Timeouts mehr, die liegen 16, 12 Punkte, 2 Punkte zurück. Kannst du sagen, das war's für die. Ich glaube, das war's. Das war's für dein Leben. Das ist vorbei. Oh, was macht denn der, ey? Was ist denn? Wie ist die Zeit, wenn ich das runterkomme? Das ist ja scheißegal. Ich hab' die Scheiße, ich bin in der Sturm von der Kante auf dem Kante. Ich hab' die Sache weg. So. So. Naja. Ähm. So. 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 12, also jetzt haben wir 113 YouTube Mitglieder und so. Das ist schon, das ist schon cool. Das ist schön. So. 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 So, so. 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 One. Itowaćant. So. Now that everyone knows the־umba stands, it's not Sukk responding to his behavior. Die haben sich in diesen Umständen gemacht, für die Überschuss, die sonst kamen. Also wahrscheinlich würde es in real life Tom Brady noch drehen, aber hier dreht sich und hier dreht sich vielleicht mit einem gerade um, aber jetzt dreht sich ja schon wieder. Was? Was wäre das? Zack, zack, zack. Da hat immer ein großer Kacke-Stift, die Putz. Ja, aber irgendwie, wenn ich das spiele hier, ich raste dann alles aus. Also wenn, weil ich ja hier wirklich lange dafür arbeiten muss, als ich immer zu einem Touchdown komme. Ja, das stimmt auch nicht. Und dann freue ich mich aber auch richtig. Weißt du? Also, ich habe wirklich, ich empfinde es wirklich große Freude. Deswegen kann man diese NFA-Streams nicht mehr in das Schwerbungsgruppe, weil man einfach dann immer hausend ansteht. Das ist halt so. So Ricardo, was haben wir dazu? Okay, das ist so ein Sach-Heinzemaß von deiner Preseason-Modern. Ufff, Franchise. Verrund? Wie weit bis zu dem Franchise los? Ich weiß nicht, ich verstehe. Du bist doch hinter mir. Du bist doch weit hinter mir. Du bist doch weit hinter mir. Aber dann ist das auch nicht mit der Neurosen-Modern. Mit der Neurosen-Modern. Keine Waffe. So, das war die Storke Leisten. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Und wenn ich wiederkomme, dann gibt es richtig auf den Sack. Also ich spiele nicht mehr, aber dann geht es hier richtig ab. Guck dir jetzt an, was ich jetzt hier alles gekriegt habe. XP, LXP. Hier, da sind es alle. Wir gehen hoch, die Jungs, die werden alle hier richtig krasse Typen. Wissen, ich brauche gar keinen Tom Brady, wenn ich so weitermache. Die Jungs, die gehen alle auf 100. So, nächste Woche gegen die Giants. Na ja, die klatschen auch weg, oder? Ich nicht. Die klatsche ich weg, klatsche ich die... Oh, ein Perfect Ten Adel. Das ist aber sehr adelig von dir. Viel Erfolg bei eurem Wrestling Promotion. Echt cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Vielen Dank auf jeden Fall für den Support von die Perfect Ten. Sehr geile Sau. Und ich mache jetzt mal eine kleine Pause, eine kleine Werbung. Drei Minuten. Und dann schmeiße ich Ricardo aus dem Fenster. Ja. Und dann werden wir hier noch ein wenig weiter palabern. Deswegen setze mich schon mal in Just Chatterbaiting. Und dann geht es hier gleich weiter. Und abonniert auch schnell, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten Kanalmitgliedschaft auf YouTube abschließen. Und bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin mal gespannt, wann das jemand auffällt. Es gibt noch etwas. Aber es fällt euch scheinbar nicht auf. Ich bin schwanger, ja genau. Hier, ich habe wieder einen goldenen Stift. Die Leute, die Stufe 3 Sub sind, bekommen ja eine goldenen Autogrammkarte mit goldener Unterschrift. Und ich habe jetzt wieder einen goldenen Stift. Das heißt, diese Autogrammkarten gehen ab sofort wieder raus. Ich habe jetzt auch CAT Zugriff gegeben auf diese Listen. Das heißt, eigentlich sollte das alles demnächst abgearbeitet werden. Und wenn denn irgendwas nicht passt wegen Autogrammkarten, dann ist CAT immer schuld. Immer auf CAT, immer wirklich drauf, bis sie nicht mehr zuckt. Immer draufschlagen. Das heißt, da sollte dann auch, wenn das dann alles passt, Routine einkehren. Und dann müsste das eigentlich auch funktionieren. Bin ich jetzt eigentlich ein Just Chatterbating eingetragen? Habt ihr das gemacht? Oder wie sieht es aus? Mach dir Facetats. Machst du dir Facetats? Facetats? Meinst du Gesichtstattoos? Nein? Wieso? Wie sollte ich das machen? Ich trage mich mal ein Just Chatterbating ein. Ähm... Ja, ne, ich mach mir natürlich keine Gesichtstattoos, hallo. Weil, äh... Warum labern wir jetzt noch ein bisschen? Freunde, ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist, aber der nächste Livestream ist am Samstag. Wisst ihr, wie lange das hin ist? Das ist noch eine ganze Weile hin. Ihr müsst also lange ohne mich aushalten. Und das wird für alle schwul und schwer. Also von daher, äh, lasst uns lieber noch eine Runde labern. Ähm... Ja, was das Licht angeht, ich habe vorhin auf Instagram ein Video gepostet. Über Harz-Vorland, ja, aus Halberstadt komm ich. Oh, Snake, grüße dich. Ähm... Ich habe vorhin ein Video auf Instagram gepostet. Ähm... Scheiße, jetzt aufschlammieren. Ähm... Schön, dass du den... Ähm... Ich bin... Einfach zu nett. So... Ähm... Auf Instagram. Darauf will ich hinaus. Kann man das eigentlich auch am... Ähm... Am... Am... Am Fernseher hier im Dings anzeigen. Mal Insta. Ich geh immer drauf. Jo. Eigentlich müsste man das doch sehen. Genau. Hier, warte mal. Gameplay. Und... Dann machen wir hier mal. Äh... So. Zack. Ah ja. Ah. Ähm... Das ist meine Instagram-Seite. Folgt ihr. Falls ihr es noch nicht gemacht habt. Sofort. Martin Guerrero unterstrich 89. So hier. Zack. Pass auf. Jo. Voll geil. Jo. Alles scheiße. Hier. Das habe ich gemacht. Achso. Das war ja schon Teil des... Hier. Ich habe also meine... meine Lichtanlage getestet. Ja. Vorhin. In einer Instagram-Story sieht man das. Ich würde sagen... Ähm... Ja. Volle Eskalation, Freunde. Komplettes Eskalieren. Ich habe so ein Lichtpult. Ich habe so kleine Moving-Heads heißen die. Äh... Ich habe zwei so eine LED-Lampen und sowas. Also... Komplett am Eskalieren. Ähm... Einer hat mir unter diesen Post geschrieben. Äh... Bei... dass ich das auch für meine normalen Streams machen könnte. Hey. Hülle übrigens. Alter. Hüllenhost East. Mal wieder. Abstart drei Zuschauer. Vielen Dank. Ähm... Smoking Grace. Grüß dich. Und... Ähm... Das heißt... Dass ich... Spider-Man Kostüm sieht aber auch nice aus. Ähm... Auf jeden Fall ist es so, dass ich äh... Äh... Die... Theoretisch auch für den Stream haben könnte. Ich habe mir extra die Kabel so gekauft. Dass ich das sogar machen könnte. Dass ich halt hier noch auf dem Tisch oder so. Äh... Neben meinem Sound-Mischpult noch ein Licht-Mischpult hätte. Und könnte denn da auch noch hier hinten diese Lichter ansteuern. Die komplett Party machen und so weiter. Ähm... Kann man machen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch einfach mal wieder viel Aufwand. Was halt hier an sein muss. Noch mehr Technik, die noch mehr Wärme produziert und so weiter. Also... Und dafür, dass dann halt immer, wenn irgendwie jemand 100 Euro donatet oder so. Kann ich auf den Knopf drücken und dann gibt es komplette Eskalation im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das... Ob das irgendwas ist. Ich habe keine Ahnung. Also was für ein Winter. Oder so. Das geht natürlich auch. Ähm... Ja. Soweit auf jeden Fall so gut. Ähm... Ich wollte vorhin, bevor ich zur Post gefahren bin und das komischerweise länger gedauert hat bei der Post. Warum auch immer. Ähm... Wollte ich eigentlich meine... Ähm... Einfach, wenn ich mein Maul halte... Totenstill ist. Und... Es ist zwar okay. Hi Old Snake aus Magdeburg. Grüße dich. Ähm... Übrigens, Old Snake, falls du Wrestling Fan bist, am Donnerstag, 16.15 Uhr in Halberstadt, wrestlinggym.de, komm in meine Wrestling Schule. Ähm... Daaa... Also... Ein bisschen Background Music. Deswegen habe ich mir jetzt hier so ein komisches Programm geholt. Das heißt... Pretzel Rocks. Äh... Gottmog hat dem Account vorhin schon mal gleich mal Band verpasst. Ähm... Das heißt, ich kann hier so ein bisschen Musik in den Hintergrund ballern. Ich weiß aber nicht... Jetzt gerade steht das auf 3% an der Lautstärke. Ich weiß nicht mal, ob ihr das hört. Wenn ich das jetzt hier mal hoch setze auf... 15. So... Sagt was. Ist das... Okay so? Ich glaube es ist ein bisschen zu laut, oder? Also es ist... Schon so gedacht... Warte mal. Ich kann hier auch einstellen, dass ich... Das ich nur Instrumentals haben möchte. Okay. Alle Tracks. Okay. Dann sind voll frei. Ach du Scheiße. Ne, wir bleiben lieber dabei. Ähm... Ja, dann ähm... Diese... Ist zu laut. Okay. So, ich mach mal 10% hier. Ähm... Diese Musik ist nämlich... Äh... Ohne Probleme für... Also auf YouTube und so weiter. Ist das alles kein Ding. Und das... Coole daran ist... Dass... Äh... Die halt auf YouTube nicht geclaimt wird. Aber ich muss dafür 5€ im Monat zahlen. Und ich habe jetzt gerade so eine Testversion. Und deswegen würde ich sagen... Ich teste jetzt einfach mal immer, wenn ich hier bin. Also hier in meinem... Labor-Modus. Ähm... Dann... Mach ich einfach mal so ein bisschen Mucke im Hintergrund an. Ist jetzt nicht zu mitsingen oder so. Sondern einfach nur, dass da ein bisschen was dudelt. Und... Äh... Dann müssen wir innerhalb der nächsten... Woche... Entscheiden. Ob das... Cool ist. Oder halt nicht. Weil ich brauche dafür keine 5€ im Monat zahlen. Wenn das scheiße ist. Naja. Deswegen... Ähm... Guck mal hier steht Fortnite Skill. Ist Mitglied. Hab ich das jetzt gar nicht als... Dings bekommen? Doch. Fortnite Skill. Neues Mitglied. Geil. Und der Norman haut einen 6 Monate Reserb raus. Cool. Ja. Die Mitgliedschaften, die sind gut. Jetzt wo ich da mehrere verschiedene Versionen habe, ist das... Äh... Bitte nur Opener im Hintergrund. Oper im Hintergrund. Achso. Mehrere Versionen. Verstehe ich nicht. Gottmorg. Du hast es erkannt. Du hast es erkannt. Glückwunsch an Gottmorg. Denn... Ich hab einen neuen Titel. The Ring of Honor World Championship ist da, Freunde der Nacht. Kann ich mir aufgefallen, dass der hier die ganze Zeit im Hintergrund liegt. Ich hab einfach mal einen neuen Titel. Und zwar den neuen Ring of Honor Titel. Richtig geiles Teil auf jeden Fall wieder. Ähm... Ich werde... Hier auf 5 Platten... Alter. Übergst fettes Teil. Ähm... Ich werde übrigens natürlich darüber auch noch im Video... machen und so weiter. Wenn ich irgendwann mal dazu komme, endlich mal diese... Äh... Titel Review Videos hier wieder aufleben zu lassen. Aber das Ding ist auch auf jeden Fall richtig nice. Und das Schöne... An diesem Titel... Ist... Dass ich... Den original... Ring of Honor Titel... Mal berührt habe. Ähm... Denn der Ring of Honor Champion... Dorton Castle... War mal bei der GWF. Da war ich auch Backstage. Und der Typ war übrigens... Absolut großartig. Ich glaube den will ich auch. Ich glaube den book ich mal. So... Dritte, vierte Show... Frage ich ihn auf jeden Fall mal an. Wie das aussieht. Weil... Dorton Castle ist wirklich voll geil. Äh... Der war Ring of Honor Champion zu der Zeit. Und hat natürlich den Titel mitgebracht. Und der lag dann Backstage als er sich gerade erwärmt hat. Und dann bin ich hingegangen... Und hab ihn... Mal angefasst. Und er fühlt sich genauso an wie der Replica. Äh... Das macht schon mal keinen Unterschied. Aber... Ähm... Ich fand's auf jeden Fall sehr sehr cool. Und... Ja... Dieser Titel... Ist jetzt auch Teil meiner großen Sammlung. Und... Ich weiß nicht wohin mit den ganzen Dingern. Es... Wird immer schlimmer. Aber ich finde ihn einfach geil. Der sieht geil aus. Und... Äh... Schön schwer dicke Platten. Die sich sogar teilweise berühren. Also... Ähm... Und vor allen Dingen hat der eine übelst geile Curvung drin. Richtig... Hammer... Ding. Hab gedacht das ist der IWGP Tegel. Den hab ich auch. Alles kein Problem. Ich hab den jetzt erstmal hier hingestellt. Weil ich einfach mal nicht weiß... Ähm... Wohin damit. Ähm... Aber ich finde eigentlich da unten passt der schon gleich geil hin. Jo. Können wir mal Jay Lethal booken? Sehr gerne. So. Ähm... Jo. Ich glaube ich muss mir echt angewöhnen meine Instagram Fotos nur mit der Kamera zu machen. Das ist einfach so ein Himmel weiter entschieden wenn man den mit einer richtigen Kamera macht. Statt mit einem scheiß Handy. Naja. Ähm... So. Das ist also jetzt der nächste... Ich hab jetzt Musik im Hintergrund laufen ne. Findet ihr gut oder nicht? Bisher. Sagt was. Ihr... Ihr seid hier die krassesten. Ihr guckt häufiger als ich. Deswegen ihr müsst das entscheiden. Ähm... Ton in die Transition. Jetzt ähm... Hab ich noch nicht geguckt was mir der gute Nox geschrieben hat. Jo. Sollte gehen kannst auch sonst ein paar Design Sachen machen. Coolen Wallpaper oder so. Ähm... Wallpaper hab ich ja so ein komisches... Ich weiß nicht ob Nox grad da ist. Doch ich glaube schon ja. Ähm... Kannst mir auch schicken. Passt sehr gut auf den auf. Ähm... Musik im Hintergrund an sich ist gut aber die Musik... Die läuft gefällt mir nicht. Okay. Ist ja nur ein bisschen... Doodle. Make money to let in your audience request songs using bits. Okay. Will ich nicht. Happy. Happy Musik. Because I'm happy. Einfach nur dass da was doodelt Freunde. Einfach nur dass da was doodelt. So. Okay. Ähm... Musik im Hintergrund. Keine Ahnung was ich von der Musik halten soll. Die Musik klingt irgendwie wie aus einem Super Nintendo Spiel. Ja. Also für ein Fünfer im Monat muss jetzt nicht sein. Meinst du die Musik? Wenn das Elektromusik ist dann wärs cool. Ja. Ist alles möglich. Ich kann ja alle möglichen Stile reinbauen. Kennst du den Edeljobber? Kann ich. Wobei... Was? Der meinte er wäre auf deinem Event nicht erwünscht weil er zu WXW verblendet wäre. What? Ich schreibe hier mal. Natürlich ist er bei meinem Event erwünscht. Kann sogar kostenlos reinkommen werden. Ich schreibe hier mal. Ich hatte doch den Tag mit ihm. Oh, schön. Wie... Der heißt Edeljobber, ne? Edeljobber. Alter. Hey, du bist... natürlich... gerne... äh... bei mir... bei Unlimited... gesehen. So. Ähm... Ich finde nicht, dass es 5€ im Monat wert ist. Wenn du irgendwas findest, das günstiger ist, würde ich eher darauf zurückgreifen. Naja, ich habe noch einen anderen Service gefunden, der hat auch 5€ gekostet. Also von daher... Obwohl ich glaube sogar, das sind nur 5$. Also 4€ ein paar zerdrückte. Also... Ja. Ich weiß aber nicht, wie das mit der Lautstärke gemacht ist. Ich gehe mal meine Liste weiter durch. Ähm... Zuschauer... Live-Zuschauer vierstellig möglich machen. Hatten wir zwar jetzt schon 1000 Jahre nicht. Aber... Wenn ihr da oben rechts mal beim View-Account guckt... Dann... ähm... Seht ihr es nicht. Aber... Seid gewiss... Ich sehe gerade mal, dass das gerade auf 30 FPS eingestellt ist. Das ist natürlich scheiße. Ähm... Dieser View-Account ist nämlich... Er muss... so sein... Damit man das nämlich auch besser... Sehen kann, wenn nämlich ein paar mehr Leute da sind. So... Noch ein Stück. Ego Dave... Eis... Danke für 20 Monate. Rüße. So ist glaube ich okay. Jetzt klonen das neue. Gehen wir halt ins Gameplay rein. Dann setzen wir das hier rein oder auch nicht. Toll. Ähm... Zack. Zack. Gubiiii. Hä? Wieso ist das nur jetzt schwarz? Das ist ein rassistisches Logo. Kann das sein. So... Und die View-Account noch löschen. Wieso ist denn hier das Logo schwarz? Das macht doch schon wieder auf keinen Sinn. So... Dann machen wir das halt... Eis. Okay. So. Auch erledigt. Alles Kleinigkeiten. Aber ich achte auf so ne Scheiße. Ähm... So was sagt der Chat? Warum du... Kannst du nur sagen, warum du Mittwoch nicht streamst? Eigentlich stream ich dreimal die Woche. Und da diese Woche NXT Takeover und Summerslam ist... Heute... Plus Samstag... Plus Sonntag... Ist dreimal. Deswegen stream ich Mittwoch nicht. Hi Martin, machst du auch mal die 1000 Liegestütze in einer Stunde Challenge? Wenn ich dafür nominiert worden wäre, hätte ich das wahrscheinlich sogar gemacht. Aber... Ich hab... Eigentlich keinen Bock eine Stunde Liegestütze zu machen. Aber... Wenn ich von irgendwem cool nominiert werde, mache ich's. Ähm... Ich bin ja auch kein Fitness-Youtuber. Das ist ja auch eher für Fitness-Youtuber... Leute und so. Kann mir nicht vorstellen, dass Beyoncé was gesagt haben soll. Spider-Man hat sich beim Sender beschwert, dass er bei MGTV nicht gesendet worden ist. Eigentlich müsste ich... Eigentlich müsste ich am Samstag immer einen Livestream machen, wo ich irgendwas spiele. Aber mal schauen. Vielleicht mache ich auch spontan was. Ich muss ja auch noch ein One-Piece-Schiff zusammenbauen und noch eine Gugeta-Figur zusammenbauen. Ich meine... Das darf man auch nicht vergessen. Ähm... Live-Zuschauer vierstellig möglich machen und auch komplett sichtbar. Was meinte ich denn damit? Komplett sichtbar ist doch denn damit erledigt. So... Dann... Sechs Tage kein MGTV. Wie soll ich mir das überleben? Keine Ahnung. Ich werde bestimmt einen Stream zwischendurch machen. Keine Ahnung. Ich habe doch eh langweilig. Das ist doch eh nicht was ich mit mir anfangen soll. So viel wichsen kann ich auch nicht. So... So... Da... Da... Da unten. Hier ist es manchmal scheiße, dass es startet gleich. Dass das manchmal nicht geladen wird. Das kotzt mich übelst an. Das meine ich. So... Und diese... Diese... Ähm... Social-Media-Dinger... Die würde ich gerne schräg machen. Ähm... Jetzt müssen wir natürlich wissen... Oh... Ich kriege... Aufnahme stoppen. Studio-Modus deaktivieren. Übergang. Save. Replay. Zeiger. Hm... Tja... Das... Ist natürlich jetzt eine Frage. Wie mache ich jetzt hier einen verschissenen Screenshot? Ich habe keinen Plan. Also mache ich was? Richtig oldschool. Ich gehe jetzt einfach... Auf meinen Twitch-Stream. Und mache da einen Screenshot von. Warte. Oder? Geht auch. Habe ich es auf jeden Fall auch. So... Halsche Kamera. Ne, ne, alles cool. Ich wollte nur mal kurz... Ich wollte hier nur mal kurz rein. Verstehst? So... Wenn du vom gesamten Bildschirm ein Screenshot machst... Ja, aber irgendwie hat sie... Diese Kameraperspektive mir auch kein Screenshot verpasst. So... Dann brauchen wir das... Öffnen. Öffnen brauchen wir nichts. Erstellen. So... Erkennt schon... Das jetzt hier... Warte. Ich nehme euch mal mit auf diese Reise. Hier sehen wir den ganzen Spaß. Und jetzt will ich hier... Meine Social Media Accounts... Runterschreiben... Toll... Das muss man wieder komplett... Was ist das für eine Schriftart? Brauche ich die? Et... Das ist die gleiche Schriftart? Hm. Jetzt müsste ich wieder rausfinden, was das für eine... Kack Schriftart ist. Obwohl die hier schon okay ist. Obwohl die hier schon okay ist. Oder noch nicht. So... Nur in klein rum. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber das ist schon richtig. Es geht mir ja auch um den Winkel, ne? Es geht einfach nur darum, den Winkel richtig zu haben. So... Und dann machen wir hier noch... Ed Martin Guerrero Unterstrich 89... Und dann machen wir hier noch... Ed Martin Guerrero Gaming. So... Guck mal... Da sehe ich doch schon, dass das scheiße ist. Weil das hier wieder mit diesen Dings überlappt. Das sind wieder Probleme. Ähm... Comics Hans ist auch eine schöne Schriftartige. Ich glaube ich... Wie finde ich denn jetzt raus, was das hier für eine Schrift ist? Ähm... Ich guck mal... Die Schrift heißt... Orbitrum... Na gut... Wenn er sagt, dann wird das schon so stimmen. Orbitrum... So... Das soll sie also sein. So... Sieht gut aus. Machen wir hier natürlich noch ein bisschen kleiner. So... Und in Weiß brauchen wir das. Dann machen wir das in Weiß. Ein bisschen Rotschein. Juckt euch das übrigens, was ich hier gerade mache. Wir machen das zusammen. Das Cool... Wenn ihr aber keinen Bock drauf habt, könnte ich das auch alleine machen. So... Dann machen wir hier natürlich ein bisschen Rotschein rein. Und natürlich machen wir das Weiß. So ist schick. So hätte ich das gerne. Und jetzt müssen wir da natürlich noch so kleine... Dinger reinzwirbeln. Tja... Social Media... Dings... Ähm... Eicons... Wo kriege ich die jetzt her? So... Eicons... Gernicht... Naja... Hier haben wir ja schon was. Hier haben wir ja schon was. Hier sind ja schon kleine Peemats. Seht ihr denn? Kleinen Peemats? ein bisschen schief so dann machen wir hier passt das schick oder wenn man den in hohe machen ich glaube das kommt besser die 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 guck mal, so ist schön, oder? Dann machen wir hier den Schein noch ein bisschen größer. Jo, das gefällt mir. Acht, Leute. So. Schon interessant auf Streams gesehen. Du hast was zu tun. Wenn man sich mit Photoshop auskennt, bekommt man schon wenig Kopfschmerzen. Ey, ich mach das super. Du darfst nicht vergessen, alles was ich mache, habe ich nie gelernt. Habe ich mir alles selbst beigebracht. Und dafür ist das was ich mache überragend. So. Und das hier noch dazu. Kopierung. Hä, was ist mit dem Ding los? Wieso passt denn das nicht? Das sieht doch die Scheiße aus. Aber so ist okay. So. Und dann machen wir noch ein YouTube-Logo. Auch hier rein. Da. Ist das jetzt durchsichtig hier, ne? Oder ist das jetzt schwarz? Obwohl das schwarz auch cool ist. Tja, die Farbe ist, ist das wirklich so? Ja, das ist durchsichtig. Hm, cool. Eigentlich auch. Okay, find ich cooler. Da ist der Pikmatz. Da sieht man es wieder nicht so gut. Na gut, aber da ist er auch sein Hintergrund. Scheiße. Ah, da muss schon eine kleine Kontur rein. So machen wir es. So. Und nicht anders. So, dann kommt jetzt hier der Hintergrund weg. Und dann nehmen wir das so. Zack. Also ich finde, ich mach das überall. Speichern. So, dann nimm wir den Scheiß. Ähm. Social Media Streams. Pass. So, dann speichern wir den Müll. Zack. Zack. Und dann. Gehen wir hier wieder rein. Und dann machen wir das. Da. Nein. Zack. Schauen Sie sich das mal an. Und nun kann ich das hier hinsetzen. Und es ist exakt so, wie ich das haben wollte. So wollte ich das haben. Das sieht doch viel besser aus, als diese gerade Scheiße, die vorher hier drin war. So, das kann jetzt also wieder weg. Und jetzt habe ich das hier. Voll cool. Guck mal hier, das ist ein bisschen durchsichtig. Die Logos. Schön. Gefällt mir. So wollte ich das. Sieht viel besser aus. So. Und dann. So. Wir kopieren die Scheiße noch in die Endebene. Es ist noch nicht zu Ende. Keine Angst. Schreit nicht rum. Schön hat nicht geklappt. Kopie. Ende. Anfügen. Zack. Und so. Gut. Mega rein. So. So. Es geht. Und so hangelt man sich durch seinen ganzen Scheiß. Social Media. So. Das nächste, was ich auf meiner Agenda habe, ist Chatfenster. Schrift besser sichtbar machen. Das geht um dieses Ding hier. Die Schrift, die hier drin ist, ist fucking scheiße zu lesen. Ich weiß nicht, ob euch das jemals aufgefallen ist. Aber mir fällt sowas auf. Wieder 10 Minuten meines Lebens futsch. Hey. Besser, als wenn ihr jetzt RTL gucken müsstest. So. Das Problem ist. Was ist denn das für ein Chatteil? Wo ist denn das her? Das ist ein Streamlabs? Mal gucken. Ich habe schon zweimal gesagt, dass es nicht gut wie das ist. Du hast keine Ahnung. So. Dann wir gucken mal. Chatbox. So. Schriftgrö... Aber liegt es an der Größe? Oder manchmal machen wir die Schriftgröße auf 30 Pixel. Schauen wir mal. Du müsst jetzt natürlich vielleicht nicht in den Chat schreiben. Sonst passiert hier nichts. Schreib in den Chat. Schreib Chat. Oha. Oha. Das ist ganz schön groß. Hm. Fällt mir jetzt auch nicht so krass. Irgendwie gefällt mir das an sich. Das ist ja auch toll. Ich kann die Chatbox verwenden. Okay. So. 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 Jetzt ist das vor allem voll verschoben. Warte. Chatbox. Jetzt größer machen. Voll. Scheiße. Oh. Hier kann ich auch mal reinstellen. Hm. Das ist besser. Das ist besser. Ich kann den Hintergrund jetzt noch ein bisschen heller machen. Das sieht aus wie scheiße. Ich kann den Hintergrund jetzt noch ein bisschen heller machen. So. Milchglas-Style. Naja. Das sieht ja auch kacke aus. Mensch. Das sieht alles scheiße aus. Hm. Fällt mir alles nicht. Ich glaub die ganze Shitbox ist scheiße. Das ist ne scheiß box. Mach den weg den scheiß. So. Besser. Weg mit der box. Die braucht eh keiner. Genau. Hm. Aber vielleicht finden wir hier eine schönere Shitbox. Also so habt ihr schon recht. So ist die echt scheiße. Kann ich hier irgendwas nehmen. Boah. Woh. WoOS. Ja. Ja. Komm. Da. Jawohl. Tja oder ich habe eine neue Chatbox runter. Eine die cool aussieht. Das könnte man ja auch machen. Aber ich glaube... Nein keine Box. Okay folgendes... Sollte der Chat im Vollbild zu sehen sein? Ja? Nein? Zack. Um. Ihr seid hier Senderchefs Freunde. Ihr seid hier Senderchefs. Ihr dürft das entscheiden. Chatbox. Ja oder nein? Schreibt es in den Chat. Ich haue ein Stroopo raus. So wir gucken live in den Stroopo. Das ist so dumm, dass man hier in diesem Koron nicht drauf klicken kann. Ist einfach komplett geändert. Kannst du... Kannst du komplett vergessen? Okay. 21 Votes, 22 Votes. 73% sagen weg mit der Chatbox. Gut. Dann... Rest in Peace. Chatbox. Es war schön mit dir. Ja... Die Chatbox ist aber immer noch in dem Startbildschirm. Aber da passt es schon wieder ein bisschen besser mit dem Grau, ne? Was meinst du? Mhm. Hmm. Was? React. Was meinst du? so haben wir das problem mit der chatbox auf jeden fall gelöst schrift besser machen habe ich erledigt indem ich einfach die schrift komplett gekillt habe so dann ist mir aufgefallen dass bei diesem intro hier was ich da immer habe mit dem dass ihr meinen amazon erfüllt links in eurem browser speichern sollt diese das rauscht ein bisschen wenn man es mit das heißt ich muss diesen ganzen werbeclip noch mal neu aufnehmen denn zeilenumbruch in alerts aber das krieg ich nicht gefixt ich weiß nicht wie ich das machen soll wenn hier jemand abonniert vielleicht kann irgendein programmierer von euch das hier guck man darf lego day 4 kampfkraft steigt auf 20.000 ok alles cool alles nice aber manchmal steht hier kampfkraft steigt auf 20 000 das ist kacke nur wie ändere ich das was muss ich da rein geben damit das nicht mehr so ist ich brauche irgendwie einen kleinen code für einen zeilenumbruch also für einen enter quasi kommt eigentlich noch ein giveaway ja also wenn neuer abonniert hat steht er ja halt abonniert das ist ja auch noch easy aber wie gesagt wenn da halt irgendwas ist gut ja quasi wie viel um 2 jetzt hier so was haben wir jetzt funktioniert komischerweise auf jeden fall manchmal steht es ganz komisch da habe ich versorgen jetzt passt irgendwie alles na gut vielleicht passt es jetzt auch aus zufall oder so ich habe keine ahnung fliege in ad kamera settings what the fuck ja ist echt so fliege ist hohes alter heute morgen auch ich fange an meine freundin zu befummeln und dann kommt so eine scheiß fliege das ist doch alles das ist wirklich das leben am limit da kannst du nur ausrasten facemask donations habe ich nicht an was sind denn zusagen raids bits zusagen was sollen denn zusagen sein hm wann kommen wieder figurenreviews ich habe jetzt wieder neue figuren kommt also ab nächster woche sollte das alles wieder laufen ok die infos hast du dich auch überfohlen das war jetzt unnötig war sie nicht die ist wichtig für einen zeilenumbruch benutzen wir beim programmieren normalerweise dings normalerweise ich mache das mal und du wirst gleich sehen dass da einfach nur pass auf ich mache das jetzt mal direkt an den an den Namen name zeilenumbruch und dann geht es los pass auf speicherung nur kurz warten damit es auch drin ist oh ok problem gelöst genau das wollte ich eigentlich genau so sollte es sein ja ähm gut lustig dass ich das wusste aber es irgendwie trotzdem nicht gemacht habe und mich denn darüber aufrege dass ich nicht weiß wie es geht ah ja na dann scheint es wohl so zu sein ok warte das muss ich jetzt überall rein tödeln so dann steht das da jetzt wenigstens mal anständig ey geil da steht nämlich jetzt mal oben der name und darunter dann halt wieviel kampfkraft derjenige jetzt hat geil nicht gut und verschenkt ein und verschenkt ein speichern gut auch gefixt Freunde siehste heute geht es gegen heute kann man mal kann man zusammenarbeiten dafür machen wir das so zeilenumbruch in der lords habe ich jetzt also erledigt ähm rechts overlay auf gleiche höhe und ausrichtung bei vollbild und gameplay was rechts overlay auf gleiche höhe und ausrichtung bei vollbild und gameplay auf gleiche höhe und ausrichtung bei vollbild und gameplay auf gleiche höhe ist es auf gleicher höhe das hier ist nicht mit der gleichen höhe wie das das ist jetzt halt so eine sache also im vollbildmodus habe ich ja diesen diese infos unten drunter so und das habe ich halt hier im gameplay nicht gemacht weil meistens ist ja hier unten im gameplay eine map oder so eine scheiße deswegen habe ich das halt nicht gemacht deswegen wollte ich das hier unten nicht haben aber irgendwie ist es schon dumm dass das so ein bisschen versetzt ist was ich auch machen wollte ist wieder die möglichkeit mit dem green screen zu arbeiten es würde denn so aussehen dass ich ist ja nur dieser bereich im grünen alles im grünen bereich und dann würde ich ich habe ja auch noch diese beiden zoom dinge dann würde ich den zoom weg schwierig auch noch ich bin jetzt hier zack und dann machen wir das grüne weg fertig das ist hier nur noch so ein schein wegen dem roten licht was ja noch auf das dinge leuchtet dann wäre das aber so dass dieser rahmen hier weg wäre und dann müsste ich das hier auch noch mal kopieren dann machen wir das mal dann machen wir das mal so wäre das jetzt theoretisch und dann möchte ich das aber so groß haben wie diese fläche so dass ich hier quasi an diesem Dings bin und dann ja und das ist jetzt das ding hier oben das müsste halt dann wieder weg weil so finde ich das nämlich eigentlich ganz cool dass ich quasi über diesen Dings hänge und deswegen wollte ich das auf die gleiche höhe setzen wie das andere weil selbst wenn ich hier mit dem Spidey Kostüm sitze oder so ist das ja immer noch cool aber dann muss halt dieses Ding hier oben irgendwo anders hin dass ich halt einfach egal was ist dass das halt alles immer passt aber das muss denn schon runter oder nicht ich muss dann schon hier unten hin so weil so ist ja auch lustig dass mein T-Shirt jetzt natürlich so aussieht wie der Hintergrund ja gut aber wenn ich jetzt hier die Person an habe so dann sehen wir schon sind sie natürlich auch nicht gefällt ups man sieht hier so eine kleine ecke es fällt kaum einem auf wieder mal aber man sieht es das gefällt mir nicht aber was heißt es ist es gefällt mir nicht was haltet ihr denn davon wenn wir das guck mal weil ich finde das jetzt gerade ziemlich nice also ich finde auch mein Hintergrund ziemlich geil aber so mal für einige Spiele hier ist doch das eigentlich auch sehr edel oder nicht die Facecam ist nicht ganz sauber da ist im linken Rand noch ein Stückchen Hintergrund ok also jetzt auch ähm aber es ist dieser Bereich und der ist halt dunkler jetzt ist der dunkler weil diese Lichtbox von da oben Schatten wirft das heißt ich müsste mit meiner guck mal jetzt ist der besser weil da ist immer noch ein kleiner Schatten aber der wird immer schlimmer wenn ich das Licht ändere guck mal da ist er jetzt doller ja 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 absolvenz kriege ich sie nicht weg guck mal nach oben ist auch scheiße aber das ist nicht das Problem nach oben kann ich noch guck mal so auf jeden fall hat das hier auch was kann man auch nichts sagen ähm mach nicht alles rot na jo hauptsache es verreckt nicht irgendwelche hauptsache es verdeckt nicht irgendwelche Anzeigen im Spiel ja so wäre es ja vielleicht teilweise die Musik ein kleines bisschen leiser machen ja 8% habe ich jetzt aber so finde ich es eigentlich auch ganz geil also generell halt vom Dings mir gefällt es kann man auch kostenlos gucken nein leider nicht äh doch auf Rosimax am Mittwoch so wenn ich das jetzt hier wieder normal haben will das jetzt wieder so machen dann natürlich ist das mit dem chroma king hier schon drin ist das ist natürlich wieder perfekte scheiße also ich muss das irgendwie trennen und das geht in diesem scheiß Programm nicht ja scheiße ja ist egal erstmal so was habe ich jetzt gemacht oh nein was habe ich jetzt gemacht oh scheiße äh nein ich hasse das dass man bei diesem Streamingprogramm nicht einfach mal auf zurück klicken kann einfach auf zurück weil was habe ich gerade gemacht ich habe gerade die Ebene für meine Facecam gelöscht aus Versehen bleibt jetzt nur noch die hier aber eigentlich sollte hier eine andere sein das können wir mal löschen das können wir mal löschen fake fake scheiße scheiße thing ok warte ähm das wo diese hier ja ja so oder ok jetzt haben wir es wieder jetzt muss ich noch ein Stück runter so gut gut ich glaube meine ich glaube meine so ist glaube ich nicht richtig hm ok so könnte verschiedene Farben machen und nicht alles rot und manche roten sieht man nicht leicht äh das verstehe ich nicht rot passt halt zu seinem Kanal Design ganzes Branding ist nun mal auf rot ausgelegt genau Stuhl und alles ist halt ist halt das ist schon okay so das soll schon so sein das ist schon cool so das heißt aber im Endeffekt dass ich ja jetzt theoretisch das hier weg machen kann und dann haue ich hier beim Filter das hier wieder rein und dann machen wir so fast wieder so wie eben dann machen wir so fast wieder so wie eben dann das hier wieder weg das hier wieder hin das hier wieder hin ich finde das halt eigentlich auch ganz nice so ist mit dem Green das hat schon irgendwas das ich finde das schon ganz cool eigentlich ähm dann muss ich halt auch in meiner kleinen Kiste hier bleiben sonst wird das nicht was ist denn hier eigentlich hab ich schon weil da muss es ja noch nicht so so okay ähm so bald so gut kann man auf jeden Fall hier öfter mal sein mal im Green weil gerade wenn ich Spider-Man spiele will ich auf jeden Fall wieder in Green gehen und dann würde das hier auf jeden Fall Sinn machen und dann würde ich halt immer noch diese ganzen Einblendungen so behalten das ist halt geil so die Frage ist jetzt will ich das jetzt trotzdem noch auf die gleiche Höhe bringen wie hier also wenn das halt hier da ist ist das halt in der anderen Ebene hier also so ein Stück runter gesetzt das glaube ich auch scheißegal oder obwohl eigentlich ist scheißegal wenn es hier ein Stück runter gesetzt wird das ist eigentlich scheißegal okay ich hab mich also entschieden so das heißt ich brauche Eventlist und Champions so das beides hier das brauche ich kopieren so und hier nehmen wir das jetzt weg so und hier nehmen wir das jetzt weg und Champions auch starb ein bisschen klick 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 und dann holen wir das hier wieder rein dann bild dann bild dann bild und dann dann das ist jetzt richtig ne der andere titel der hier hatten anderen filter so jetzt passt es wieder oder irgendwas hat ja immer noch nicht hin weil die die sehen anders aus oder hier der 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 monatschampion bin ich dumm? ah hier sieht man es. ok da haut es nur noch irgendwas nicht hin was? kopieren hier rein einfügen hä? ach der macht jetzt jedes mal den gleichen ins rein nur und einmal ah jetzt, jetzt passt es gut dann ist jetzt aber auch scheiße dass hier genau so der hintergrund weg ist das heißt das muss ich noch irgendwie trennen wie trinkt man das denn? aber wie trinkt man das denn? das muss ich noch nicht das muss ich mir noch hoch konzentrierten blick ist das muss ich mir noch hoch konzentrierten blick ist ich ich kopiere die mal mach die mal hier mal kopieren hier gibt es einmal ein einfügen referenz und einmal ein duplikat duplikat würde ich sagen ist ja exakt das gleiche statt eine referenz aber es ist irgendwie nicht so wenn ich jetzt hier die filter ausmache ist es nämlich bei beiden obwohl es eine referenz und kein duplikat ist das jetzt hier das sind probleme okay das jetzt hier ist ein duplikat und normalerweise müsste ich wenn ich jetzt hier den filter an mache dürfte das nicht bei allen sein scheiße oder ich mache eine komplette neue füllen mit 10 ja hm wie wärs mit dem gefühl bevor du den letzten weg gelangweilt hast alter skorps ey ist ja gut okay freunde dann machen wir erstmal das giveaway es gibt ein shirt mal wieder zu gewinnen dieses mal ein sehr seltenes shirt ähm in größe S für die sehr teilen und zwar dieses Ascension Shirt NXT Original We Will Rise von The Ascension dieses Shirt gibt es jetzt zu gewinnen ihr müsst einfach nur großartige Abonnenten dieses Kanals sein und dann ausrufezeichen enter in den Chat hammern und dann kann jemand von euch dieses absahnen ZOOM 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 structures okay es geht nicht dachte wenn ich jetzt noch mal diese dinge als videoquelle nehme das ist der nahe war aber es geht nicht naja bis auf einen haben wir nur abonnenten im gif na ist auch gut oder ich mache einfach ein foto von meinem hintergrund und füge den hier rein das geht auch gut okay ja, mehr Licht dann dann hmm hmm zwei kameras in gameplay das habe ich ja eigentlich schon mal eingestellt habe ich mir jetzt ausrede gelöscht ich müsste das sind auch so machen dass ich das ein paar knopfdruck aktivieren und deaktivieren kann hatte ich das so rum nicht nach mir aus ich hätte mit sicherheit diese ebene umgedreht das sieht ja auch nicht nach mir aus so ok hatte ich eine Szene die ich ein bisschen mehr hören hatte und so hatte ich das dann so ne gut ist schon schön alle sind rot man könnte aber auch andere farben nehmen ja aber das ist halt so ein bisschen branding mäßig so weißt du klar könnte man das machen ist ja sogar wahrscheinlich nicht so schwer wenn ich zum beispiel jetzt mal sage die oben da ist komisch links machen wir mal noch ein farbfilter und dann machen wir das mal blau alles im blau kann es aber kann man lesen hauptsache wir haben es blau oder grün alles im grünen das wird schön wüsste ich dass man blau nicht lesen kann grün aber ohne probleme das ist ja schon wieder 0.19 ähm so auf jeden fall haben wir das jetzt auch das ist ja schon wieder 0.19 ähm so kamera zooms für gameplay wenn ich nämlich weiter weg sitze wäre das nice ich muss das dann nur noch alles in mein stream deck hier reinhauen damit ich dann nur noch auf den knopf drücken muss ich glaube ich habe schon gesagt alerts für donations das ist jetzt zum Beispiel oh geil bobby brooks alter danke dir schenkt an nafraju einen zap nice geil vielen dank für den support hau rein justin ähm gif nicht vergessen ok ich los mal gleich das giveaway aus nicht dass ihr alle heult so dieses wunderbare unvergleichliche ascension t shirt geht an den unglaublichen einzig waren oft kopierten nie erreichten hero ghost so nice hero ghost bekommt ein giveaway dann hat sein februar nichts gewonnen schön passt gut adresse schicken und alles und dann geht das an dich raus so ähm was habe ich gerade noch gesagt ach ja alerts für donations das ist natürlich so eine sache dadurch dass ich ja jetzt hier meine ganzen subalerts wenn jemand abonniert halt die alle krass gemacht habe oder das hier habe wenn jemand neu abonniert ähm ist es halt so wenn jemand geld spendet kommt ja immer noch dieses hier kam's da money aber da das grüne ne da das schwarz weggekiet wird ist es halt so dass das halt so dumm aussieht deswegen weiß ich gerade nicht so richtig wie ich dieses problem fixen kann das ist halt schwierig oder ich müsste mir irgendeine andere coole donation dings einfallen lassen nur was weil das entwickeln in alle super sergeant stufen das ist ja noch das hat ja wenigstens sinn aber wieso müssen eigentlich die leute die schon mal was gewonnen haben die adressen schicken du hast sie doch schon ähm die können ja umgezogen sein genau so sieht es aus also es sind viele leute die sogar mir nochmal schreiben ey hier bin umgezogen und so deswegen besser ist es was rechts oben ähm du meinst das hier hier da seht ihr es nämlich also er hat jetzt nicht wirklich das ist nur ein beispiel aber da wird halt alles schwarz rausgenommen deswegen sieht das halt dumm aus so aber was soll ich da rein machen in was soll sich der martin verwandeln wenn er geld bekommt soll der eingeblendet werden und statt den äh statt der aura kommen da irgendwie viele dollar zeichen dollar geflogen oder sowas keine ahnung ob das eine coole idee ist ich weiß es nicht oder soll ich irgendwas mit shane machen keine ahnung ich finde hier den judas effekt naja bisschen bisschen lasch vielleicht keine ahnung ich hab noch zu wenig in action gesehen eigentlich geht es aber ich gehe bestimmt auch cooler old school million dollar man tetti wie jassi mach was mit dem million dollar man könnte man auch machen ähm 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 Also hier, so ist ja momentan meine Dings, ne? Zum Beispiel für den Ultra Instinct. Ich wäre super lustig, dass ich den einfach mal weißer Ahl und so. Einfach nur geiles Ding. So, so habe ich das gerade. Fragt mich nicht, was das für ein Programm ist. Das ist eigentlich nicht dafür da, für das, was ich jetzt zweckempfinde. Aber es funktioniert gut. So, wenn ich jetzt also nochmal alles rausnehme, ne? Ne, das muss schon so bleiben. So. Ups. So, ne? Das ist ja der Original-Typ. So, wenn ich jetzt... Hier... Ricochet oder AJ? Wer gehen wir beim Summerslam? Ich denke mal eher AJ. WTF. Also es sieht echt mega aus. Ähm. Na, das haben wir... Das ist ja jetzt schon die ganze Zeit in meinen... meine Alerts. Aber... Ja, wenn ich jetzt... Warte mal. Gibt es hier nicht irgendeine Geldscheiße? Warte mal. Gibt es hier nicht irgendeine Geldscheiße? Schnellen? 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 Hm. Regen? Regen? Regen braucht keine Sau. Regen ist scheiße. Ich glaube da war mal irgendwas mit irgendwelchen... Irgendein Geldscheiß war hier mal. Vielleicht hab ich auch nur ne Meise. Ne, hier sieht schon Porno aus. Ja... Aber... Es ist... Damit mache ich hier auch die... Die Einblendung... Also die Matchcard... Einblendung vom... Von Unlimited... Blätter... Warte mal... Hier ist bestimmt auch Kohle drin. Ne... Hier sind nur verfickte Blätter drin. Kein Mensch braucht scheiß Blätter! Nebel... Firefly... Hier überall Feuer... Ahja... Das ist auch schön... Ahja... So... Partikelscheiße bringt mir auch nichts... Luftblasen bringt mir nichts... Und sowas bringt mir auch nichts... Okay... Ist alles kacke... So... Was haben wir hier noch? Schütteln... Drehen... Ich bin der, der von Sullivan geblockt wurde... Ah ja... Du hast mir geschrieben... War nicht lustig... Was hast du denn gemacht? Was hast du denn angestellt? Hm... Ich hab keine Ahnung... Was ich jetzt hier machen soll... Oder wie irgendwas durch die Gegend fliegen soll... Ich dachte mir... Gab es auch irgendwas mit Geld... Importiere ein 3D-Modell von deinem Computer... Mal... Ja... Ach... Ich weiß... Oh... Okay... Das ist ja... Das ist ja das... Wenn jemand normal abonniert... Hier... Das ist mein... Mein Wallpaper aktuell... Hier, wer das baut... So sieht mein Wallpaper aus... Ich hab ihn die ganze Zeit genervt mit Sullivan's Sucks... Ja gut... Aber dann... Ist er dem schuld... Er hat sich auch blockiert... Ja... Und das ist er von unserer... Show... Schön... Ich gucke mich hier beim Suchen nicht mehr richtig an... Hm... Ähm... Ja... Sowas können wir übrigens für die nächste Show auch mal zusammen machen... So... Das... Da hab ich auch kein Problem damit... Ähm... Oh... Keine Ahnung... Ich weiß auch nicht... Also ich hab keine coole Idee irgendwie für... Dieses... Dings... Hast du schon das neue Speed-Duel-Duell-Display? Eigentlich müsste ich das haben... Aber... Es kam bisher noch nicht an... Sieht ja richtig geil aus... Ah nee... Danke dir auch... Ähm... Aber ich hab hier noch übelst viel... Eigentlich müsste ich noch mal ein paar... Ähm... Animation machen kann... Für... Donations... So... Irgendwas cooles... Oder... Was auch... Gehen würde... Ähm... Bei den ganzen... Einblendungen sind... Übelst cool... Und dann kommt halt... Geld... Was ja eigentlich am... Krassesten ist... Wenn jemand Geld spendet... Und dann kommt halt einfach ein verficktes... Gif... Gif... Giz... Das ist halt irgendwie ein bisschen... Bisschen scheiße... Oder nicht? Ich hab mal ne andere Sache, die ich heute noch machen wollte... Und zwar wollte ich... Einen Countdown... In meine Livestreams bringen... Kann ich euch jetzt gleich machen... Wenn ich eh mit euch hier bin... Und zwar... Wollte ich... Einen... Countdown... Für... Die... Alle... Mütter... Zack... Oh ja... Das Logo ist auf jeden Fall... Ja... Mh... Da unten kommen ja die Nordnäschenseite... Soh vielleicht... Mh... Das ist nicht so gut. Ich würde das gerne alles wieder zurückzählen. 0, 0, 0. So. Irgendwie sieht es am besten aus, wenn es einfach nur normal da ist. Obwohl, warte, ich habe eine richtig geile Idee. Keiner bewegt sich, keiner bewegt sich. Ach, scheiße. Übrigens hier, mal als kleinen Dings, das war auch noch eine Möglichkeit. Da habe ich überlegt, ob wir nicht Hirner an das Logo bauen wollen. Und da habe ich die Striche gerade gemacht. Also wir hatten auf dem Weg zum Unlimited Logo einige Versionen. Fand ich eigentlich auch, hatte auch was. Aber die sehen aus wie Tassen, diese Dinger außen. Aber, ja. Er kriegt hier Einblicke, Jungs, ey. Das ist ja wirklich wahr. Scheiße, sehe ich das als Dings. Da habe ich das richtige Logo mit dem Hintergrund nicht. Ach, ich bin auch scheiße manchmal. Toll. Okay. Ich habe eine Idee. Wir machen. Wir machen Folgendes. Ja, pass auf. Wir nehmen das Logo. Und dann machen wir das mal ein kleines bisschen kleiner. So. Und dann machen wir. Da einen Rand drum. Einen Schein machen wir da drum. Oh, rot sieht natürlich auch nice aus. Dann machen wir den Rest beige. Und dann haben wir das Logo in seinem Schein. Und dann machen wir das Schwarz wahrscheinlich am besten. Und du? In meinem Kopf sah es cooler aus. Ah, warte, jetzt auf Biddle. ich teste das mal kurz so was hatte ich in meinem schädel schauen wir uns das elend mal an ich habe hier so was sind das ist doch eigentlich auch ganz cool aber das wäre jetzt natürlich hier wieder besser dann würde ich noch so einen kleinen counter daneben setzen wie mache ich hier in diesem scheißprogramm einen counten keiner weiß es so genau wie macht man denn einen countdown kann der hier zurück zählen ich weiß nur wie das in einem anderen programm geht das ist jetzt natürlich eine frage wie mache ich jetzt hier einen scheiß countdown wie mache ich in streamlabs ob es einen countdown muss den neuen one piece film angucken wenn er rauskommt bei dem one piece film bin ich mir nicht so richtig sicher weil geht es nicht eigentlich in dem one piece film um das was ohnehin auch in den shows passiert ist das nicht so aber wenn ich jetzt diese beiden logos hier vergleiche einmal nur mit den schwarzen hintergrund einmal das normale finde ich das normale eigentlich viel geiler also schön dass ich das jetzt gemacht habe aber irgendwie ist das normale immer noch am besten also jetzt muss ich googeln wie man in streamlabs ob es countdown macht twitch countdown erstellen twitch timer.com free countdown ok so clock for streamlabs okay ich will einfach nur ne ganz normale textanimation haben eigentlich ich will jetzt hier nichts weltbewegendes rausreißen count und timer via javascript ok ok quiet yourself ok ich will try 31 ähm au august 2000 moment 10 um 17 um 30 run ok save 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 schön jetzt habe ich hier ein javascript wie baue ich das jetzt hier ein? javascript ein? ok keine ahnung keine ahnung scheiße habt ihr eigentlich schon ne internetseite? blackbeard? natürlich unlimitedwrestling.de ok so wie baue ich jetzt hier ein javascript ein? das ist jetzt natürlich wieder ne gute frau einfach so als textdatei wird das wahrscheinlich zu das wäre ja ein bisschen zu einfach die abkürzung für java ist ich weiß jetzt doch nicht ich kenne mich doch nicht aus wie mache ich das denn jetzt hier alles? ok das wird schon sehr gut ja bis jetzt habe ich es noch zu sehen gelöscht was geht denn ab? ach so ich lebe in einer wg und muss immer seinen rock hunter sein locations hinterlassen die toilette wenn ich ihnen anspreche heißt es nur kein bock wenn es stört macht selber weg okay aber dann wird ein putzplan aufgestellt dann bin ich dran und dann bist du dran und wenn du das nicht machst dann musst du strafe zahlen ganz einfach also würde ich das wahrscheinlich machen die anspreche endet das in eine schlägerei also wenn mein wenn mein mitbewohner die hand gegen mich erheben würde dann würde ich ausziehen ganz einfach kriegst du eine anzeige und eine kündigung willst du denn mit dem skript ich will einen countdown machen ich will hier oben im countdown haben und in meinem alten programm war das ohne problem möglich aber hier in dem ist das schwierig funktioniert nicht was ausziehen funktioniert nicht wieso funktioniert das nicht import it as browser plug-in so Kasten zählen. So geht schon mal nicht. Local File... Schauen wir mal, ob das geht. thu rechnen wir jetzt mal ja erwähne deutschlands 작 todas-chlands so Das ist doch schon wieder nicht richtig. Boah, fuck, Alter. Jetzt wird es ganz kriminell. Kann man das hier irgendwo? Datei, Namen, Erweiterung anzeigen? Och, geil. Genau, das wollte ich machen. So, dann hierhin und dahin. Fertig. Und es funktioniert tadellos überhaupt nicht. Toll. Einfach toll. Ach, Mann. Warum machst du das ganze on-stream? Ja, keine Ahnung. Hat sich irgendwie so ergeben. Ist nicht leicht eine Wohnung zu finden. Ja, aber hilft nix. Muss nur mal sein. Aber dann raus da. Ganz einfach. Was hast du eigentlich für die ganzen Gürtel ausgegeben an Geld, wenn wir Fragen darauf? Blackbeard, jeden Titel 300 Euro. Kannst du rechnen, das ist Filiant. Den NXT Titel? Klar geht es in dem WWE Shop. Scheiße. Okay, es geht nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich hier so eine Zwielichtier-Seite nehmen muss, um mir irgendwie Countdown zu erstellen. Countdown Streaming Witches Widget. Ah, warte mal. Stimmt. Hier gibt es doch so einen komischen Appstore. Vielleicht gibt es ja auch einen Countdown. No Results. Ah ja. Toll. Das war es mal wieder komplett. Gibt es hier echt keinen Scheiß? Countdown krank. Natürlich gibt es hier eine Möglichkeit. Und die kostet natürlich wieder 5 Euro im Monat. Man kennt das. Als ob, ey. Das ist doch nicht wahr, Alter. Das ist wirklich bitter. Aber warum? Ich kann dem Chatbot... Da kann ich einen Timer einstellen. Dann kann ich einen trotzdem nicht anzeigen lassen. Ach, das ist doch alles scheiße. Alles scheiße. Bei den Plugins von Streamlabs gibt es auch Weltschirm. Genau. Das ist doch einfach zu schaffen. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal. Das ist schon wieder für eine verpackte Seite hier. Kannste alles verlieren. Create Countdown. Oh, einbauen in die Website. Okay, jetzt muss ich ernst kommen. Jetzt ist hier ein richtiger Baukästen. So, dann machen wir das mal. Schreiben wir hier nix rein. Geht natürlich noch nicht. So. Einbauen in die Website. Das war klar, dass das wieder nicht funktioniert. Ich hab keinen Bock mehr. Scheiße, jetzt einfach drauf. Bin dann wach geworden. Geht's jetzt arbeiten oder was? Scheiße, Alter. Ich finde hier eine Ideen-Website von Streamlabs. Aber wo finde ich denn noch Widgets für... Warte mal. Hallo Widgets? Streamlabs. Streamlabs. Mediashare. Zuschauerzahl. Spendenzahl. Endcredits. Ich hab keine Ahnung. Zeitplan und Countdown. Achso, ne. Das ist was anderes. Ach man, denn halt nicht. Gut. Okay. Ich hab keine Ahnung. Wir bleiben erstmal dabei. Dann muss ich das hier oben erstmal so richtig schlecht reinschreiben. Dann mach ich jetzt. Ähm. So. Ähm. So. Da war wohl wieder der Beste, der Beste. Ähm. Wir machen das hier. Glocke. Ich hab den... Ich hab den Blumen. Glocke. Ach der ist ja auch nicht. Oh ne, ich flieb aus. So. Text. Yo. Dann machen wir... einen neuen Text. Oh, ich lasse meine Hose. 31.08.2019 Schriftwort hatten wir vorhin schon. So. Okay. Ist nicht schön. Aber es ist erstmal. Okay. Cooler wäre das wenn hier oben ein Counter laufen würde. Das würde mir besser gefallen. Aber es ist jetzt erstmal auch egal. Irgendwas zu sehen. Damit ihr auf jeden Fall immer Bescheid wisst, wann die Show ist. So. Gut. Ich hau jetzt ab. Ich hoffe der Stream hat euch gefallen. Auch wenn er jetzt am Ende hin ein bisschen langweilig wurde. Für einige. Ich weiß es nicht. Trotzdem noch 59 Zuschauer am Stand. Gut Freunde. Fettes Dankeschön. An den guten Tanzwut. Der heute einfach mal 200 Dinger hier rausgeballert hat. Adel. 10 Euro donation. Richtig geil. Dann. Ähm. An. Alle Supporter. Und YouTube Kanalmitglieder. Und so weiter. Ist einfach nur nice. Vielen Dank für den Support Freunde. Macht nicht mehr so dolle. Und rein bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.